Die meisten von euch werden es mitbekommen haben, es gibt eine Strafe für Deshaun Watson. Sechs Spiele Sperre. Wer jetzt denkt, wir sprechen hier in der Folge nochmal ausführlich darüber und thematisieren das Ganze, der irrt sich und hat vor allem auch noch nicht die neue Downset Short-Folge gehört. Wir haben dieser Sperre, diesem Urteil ganze, was waren es, 25 Minuten ungefähr gewidmet. Und vor allem Adrian hat da nochmal einiges in Ordnung gebracht. Für Klarheit gesorgt, weil dieses Urteil ist dann doch etwas komplizierter und vielschichtiger, als man es denken mag. Ja, ich war froh, du hattest mir ja schon in der Folge gesagt, es war verständlich, es kam auch viel Feedback von euch, vielen Dank dafür. Wo wirklich viele auch gesagt haben, ey, das war echt hilfreich, um das einfach mal zu verstehen, um das überhaupt einordnen zu können. Wir hatten in der Folge auch gesagt, vielleicht bei der heutigen Aufnahme, das ist jetzt Mittwochnachmittag für euren Kontext, wissen wir schon, ob die Liga dagegen Berufung einlegt, ob die das versucht anzufechten. Das wissen wir leider noch nicht. Das heißt, es kann gut sein, dass zwischen jetzt und wenn ihr die Folge hört, da vielleicht doch sozusagen ein Pünktchen mehr Klarheit da ist. Aber letztlich ist das ja dann auch nur eine Frage, okay, geht's weiter oder geht's nicht weiter? Ganz genau. Und deshalb, wer es noch nicht gemacht hat, am besten jetzt sofort noch vor dieser Folge die Downset Short-Folge hören, denn wir schauen jetzt in der aktuellen Folge auf die nächste Division. Und damit rein in eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Bevor wir zu jeder Menge News kommen, bevor wir zur AFC East kommen, auf die wir heute genauer blicken wollen, gibt es so ein paar Sachen, die wir klären müssen. So ein bisschen Housekeeping müssen wir hier betreiben. Wir haben es die letzten Wochen schon erwähnt, Fantasy-Football steht in den Startlöchern, also auch die Fantasy-Football-Bundesliga von Downset Talk. Seit Montag ist die Anmeldung offen. Also wer da mitspielen will gegen Fantasy-Football-Spieler aus ganz Deutschland und teilweise auch über Deutschland, über die deutschen Grenzen hinaus, der kann sich da ab jetzt bis zum 10. August anmelden. Muss aber schnell sein. So viele freie Plätze gibt es tatsächlich nicht mehr. Wir haben ja gesagt, so um und bei 1.400 MitspielerInnen liegt die Grenze und wir sind jetzt schon bei um und bei 1.300 angemeldeten MitspielerInnen und Mitspielern. Nicht mehr viele Plätze frei. Alle Infos dazu unter downsidetalk.de slash fantasy-bundesliga und die Organisatoren dieser Bundesliga machen dieses Jahr auch zum ersten Mal einen Charity-Bowl, also Fantasy-Football für einen guten Zweck. Da findet ihr Infos unter germancharitybowl.de. Aber damit noch nicht genug vom Fantasy-Football. Wer sagt, okay, Bundesliga ist schön, Charity-Bowl auch super, aber eigentlich suche ich einfach nur eine Fantasy-Liga, in der ich mitspielen kann. Oder vielleicht sucht ihr noch eine Mitspielerin oder einen Mitspieler für eure Liga, dann kann ich auf unserem Discord-Channel für alle Supporter die Fantasy-Football-Partnerbörse empfehlen. Da sind schon sehr viele Leute fündig geworden und apropos Supporter, wer im höchsten Tier supportet bei Patreon, bekommt ein Shoutout in einer Folge und den gibt es auch jetzt wieder. Und zwar für Shark 80 ist mit 20 Euro im Monat dabei. Vielen, vielen Dank an Shark 80 und vielen, vielen Dank auch an alle anderen, die uns über Patreon unterstützen. Und weil wir jetzt so ein bisschen Housekeeping in Sachen Fantasy-Football betrieben haben und auch echt viele News jetzt so langsam wieder reinbekommen, haben wir uns gesagt, wir machen eine ganz kurze Quick-Question. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben wir schon mal irgendwo beantwortet. Aber es kann ja nicht schaden, um das auch nochmal aufzufrischen, um zu gucken, hat sich vielleicht was verändert mit der Zeit. Und diese Quick-Question hat nichts mit Football zu tun, finde ich ja immer ganz erfrischend. So wie das Thema, um das es heute geht. Jack Daniels hat nämlich auf unserem Discord-Channel gefragt, Eistee Pfirsich oder Eistee Zitrone? Okay, also Eistee generell massiv überschätzt in meinen Augen. Und Eistee ist, ja, ich finde Eistee ist brutal überschätzt. Der einzige Eistee, den ich ... Okay, warte. Also Eistee erinnert mich zum einen so an Jugendtage, Lahn-Partys, solche Geschichten. Ja, aber du denkst an die zwei Liter Tetrapaks, die euch da reingepfiffen haben. Ja, ich meine, ich weiß schon, dass es geschmacklich da bessere Dinge gibt. Aber ich finde, also was mich bei Eistee einfach stört und deswegen trinke ich ihn eigentlich auch kaum, ehrlicherweise, ist, dass es halt kein sprudeliges Getränk ist. Und ich weiß, es gibt Eistee mit Sparkling. Und das finde ich auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Aber wenn du mir jetzt so Softdrink-mäßig die Wahl gibst, irgendwie so eine Top Ten zu erstellen, wäre Eistee bei mir wahrscheinlich so ziemlich auf dem letzten Platz. Wenn du mich zwingst, Eistee zu trinken, dann nehme ich Zitrone. Einfach, weil es ein bisschen frischer schmeckt. Aber Eistee generell, ja, überschätzt. Also ich bin grundsätzlich kein großer Fan von allem, was sehr süß ist und, also was man trinken kann und sehr süß ist. Ich greife auch bei den meisten Sachen, die ich geschmacklich gut finde, zu denen ohne Zucker oder mit weniger Zucker auf jeden Fall, dass es nicht so süß ist. Und ich mag ja auch einfach kalten Tee tatsächlich. Also ich muss ja gar nicht mal fertiger Eistee sein. Ist der wenigstum, weißt du nicht so weit, ja. Im Sommer, oh, gerade den Sparkling. Zitrone, also Zitrone auf jeden Fall. Pfirsich geht auch, aber Zitrone besser. Aber dann die Sparkling-Variante im Sommer aus einer kleinen Dose. Lecker, doch mag ich schon sehr gerne. Ja, also ich muss sagen, meine Frau tatsächlich hat den, hat den letzt, vor ein paar Wochen mal das erste Mal, glaube ich, angeschleppt. Normalerweise kaufe ich bei uns auch viel so Getränke und sowas ein. Ich hätte das wahrscheinlich nicht gekauft. Sie hat es gekauft, ich fand es auch gar nicht schlecht. Sie war so begeistert davon, dass sie direkt danach so eine, was sind das dann, 24er oder was, Palette bei Amazon bestellt hat, weil sie von diesem Eistee so begeistert war. Ja, mich kriegst, also ich meine, es ist ja hinlänglich bekannt hier im Podcast, dass Orangina Nummer eins ist. Ah, Werbung. Es gibt bestimmt auch andere. Richtig. Es gibt sehr viele andere gute, was ist denn das, Orangenlimonaden. Absolut. Aber sonst gehe ich halt eigentlich immer eher mit den Sparkling-Geschichten. Und zwar eher so, also in die Richtung Zitronenlimo, Orangenlimo, mit Kohlensäure nicht zu süß. So, da findest du mich. Ich bin Schorlen-Typ. Also auch Kohlensäure, aber ein Schorlen-Typ. So Saftschorle. Ja, eine Apfelsaftschorle. Rhabarber. Nee, das nicht. Apfelsaft, ja. Der Rest geht, ach. Kommen wir nicht zusammen. Nee. News aus der NFL. Über das Sean Watson, wie gesagt, haben wir schon gesprochen. Downside Short. Hier nochmal der Hinweis. Und wir machen damit weiter mit den Miami Dolphins. Wir sprechen über die Dolphins später aus vor allem sportlicher Sicht, wenn wir über die AFC East sprechen. Aber abseits des Platzes hat sich etwas getan, denn die Dolphins wurden von der NFL richtig hart bestraft. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Das war jetzt so eine perfekte Gelegenheit. Kommen auch nicht zusammen. Tom Brady und die Miami Dolphins kommen auch nicht zusammen. Das ist zu weit gedacht. An Tom Brady habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Ja, also die NFL hat am Dienstag die Strafe verkündet gegen die Dolphins. Da liefen die eine ganze Weile lang jetzt Ermittlungen, auch mit den Vorwürfen von Brian Flores, die da im Raum standen, weil es waren Ermittlungen in mehreren Punkten. Ich versuche es mal von oben ab runter so ein bisschen aufzudröseln. Also erst mal die Strafe. Der erste Rundenpick im nächsten und der dritte Rundenpick im übernächsten Draft wird den Dolphins entzogen. Also die werden gestrichen. Und Steven Ross, der Teamsitzer, wird für die ersten sechs Spiele der kommenden Saison suspendiert und muss eine Strafe in Höhe von 1,5 Millionen Dollar bezahlen. Das ist die höchste Tampering-Strafe in der NFL-Geschichte. Und genau darum geht es eben auch in erster Linie um Tampering. Im Kern nämlich hat die Liga zwei Sachen untersucht. Einmal, ob die Dolphins Tampering betrieben haben, also versucht haben, Spieler-Coaches abzuwerben, die woanders unter Vertrag stehen, ohne die Erlaubnis des entsprechenden Teams einzuholen. Das ist eben Tampering, das darfst du natürlich nicht. Und zweitens, ob die Dolphins während der 2019er Saison, und diese Vorwürfe kamen ja noch aus dieser Brian Flores-Enthüllungen da raus, ob sie da versucht haben, Spiele absichtlich zu verlieren oder ob es in diese Richtung ging, wir wollen lieber einen hohen Draft-Pick. Und da stand natürlich unter anderem auch der Vorwurf im Raum, dass Steven Ross Brian Flores 100.000 Dollar für verlorene Spiele geboten hat. Das ist ja klar, der in diesen Brian-Flores-Vorwürfen unter anderem mit drin war. Und um es zusammenzufassen, beim Tampering haben die Untersuchungen ergeben, dass die Dolphins beziehungsweise Steven Ross mehrfach deutlich gegen die Regeln verstoßen haben. Zum einen 2019 und noch mal 2021, also Ende letzten Jahres, den Kontakt zu Tom Brady hergestellt und mehrere Gespräche auch geführt haben. Also einmal während er bei den Patriots unter Vertrag stand und dann noch mal eben letztes Jahr. Und im Januar diesen Jahres dann mit dem Berater von Sean Payton gesprochen haben, um den abzuwerben, bevor Sean Payton dann letztlich vorerst mal zurückgetreten ist. Godell hat in dem Statement davon gesprochen, dass die Liga Tampering-Verstöße bisher nie dagewesen in Ausmaßes gefunden hat. Und dementsprechend eben auch diese Strafe ausgefallen, die tatsächlich auch noch höher hätte ausfallen können. Wenn wir überlegen, er hat in mehreren Fällen versucht, Tom Brady abzuwerben. Da geht's auch um diverse Konstrukte, dass der irgendwie so eine Managementrolle im Prinzip mit einnimmt und so weiter. Aber auch vielleicht Quarterback spielt, das ist alles so ein bisschen offen. Und eben einen Head-Coach von einem anderen Team illegal abzuwerben, wenn man so will. Also dafür ist die Strafe tatsächlich noch im Rahmen, würde ich sagen. Genau, beim Vorwurf des Tankings, das kann man vielleicht relativ schnell machen. Auch wenn die Begründung durchaus so ein bisschen kurios sich liest. Also die Liga kommt zu dem Schluss mit ihren Untersuchungen, dass die Dolphins keine Spiele absichtlich verloren haben. Und dass Steven Ross zwar diesen Satz gesagt haben soll, mit diesen 100.000 Dollar an Brian Flores, aber dass das nur ein Scherz gewesen ist. Also da darf jetzt jeder sich seine eigene Meinung bilden, warum die Liga vielleicht in dem einen Fall sehr hart durchgreift und in dem anderen zu dem Schluss kommt, dass das alles nicht so ernst war. Na, vor allem hat's auch nicht gut funktioniert, wenn man sich die zweite Saison-Hälfte anguckt. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ich hab mir das Wording auch noch mal angeschaut in dem Urteil und hab mir eine Stelle rausgeschrieben, weil ich's einfach so treffend irgendwie fand. Und ich zitiere's ganz kurz. Bei mehreren Gelegenheiten während der 2019er Saison hat Mr. Ross zum Ausdruck gebracht, dass die Draftposition der Dolphins im kommenden Draft Priorität über Siege und Niederlagen während der 2019er Saison genießen sollte. Und im Kern hat er damit erst aufgehört, als Flores das so ein bisschen sauer aufgestoßen ist und es intern auch zur Sprache gebracht hat. Also ja, die Dolphins haben nicht spieleabsichtlich verloren. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Takeaway. Aber für mich, also auch bei dieser ganzen Urteilsbegründung, und wie das alles formuliert ist, es schimmert schon sehr klar durch, dass Steven Ross in eine andere Richtung gedacht hat. Und bestraft wurde jetzt nur für die andere Sache, für das Tampering. Aber das ist natürlich was, was über dieser Franchise jetzt hängt. Ja gut, aber im Endeffekt ist die Sache jetzt mehr oder weniger geklärt. Also, natürlich hängt es da drüber, aber kein gutes Licht auf die Dolphins. Nee, nee, genau. Es wird natürlich wahrscheinlich nochmal aufgebracht werden, wenn es dann Richtung Draft geht nächstes Jahr, wenn dann auf einmal ein Pick fehlt. Ja, ja, gut. Was ich auch hammerhart fand, muss ich sagen, vielleicht abschließend noch, war das Statement, das Steven Ross dann rausgehauen hat. Ich hab's auch retweetet, ihr findet's in meiner Twitter-Timeline. Da sagt er halt im Prinzip so, also inhaltlich sagt er das dann so, dass die Sachen, die ihn gut aussehen lassen, so nach dem Motto, das hab ich euch immer gesagt, seht ihr, wir haben nicht getankt, und ich hab's immer gesagt, und die Sachen, die ihn schlecht aussehen lassen, nämlich jedes Tampering, das stimmt alles nicht, das ist alles erfunden. Aber ich bezahl die Strafe, damit wir uns auf die Saison konzentrieren können. Also, komplett unreflektiert, wirklich hammerhartes Statement. Ähm, ja, und ich mein, es ist ja nun mal, also, er setzt mal die kompletten Scheuklappen auf, erst mal, und das zumal der Report von der NFL ja ihn nur so teilweise so vorsichtig von diesen Vorwürfen freispringt. Also, es steht ja halt drin, dass er das intern mehrfach irgendwie wohl gesagt hat, und halt, ja, gut, war irgendwie ein Scherz. Aber, ja, ja. Keine schöne Situation auf jeden Fall. Keine schöne Situation ist auch die von Cala Murray letzte Woche zumindest nicht gewesen. Wir haben ja drüber gesprochen, dass er seinen Vertrag verlängert hat, und dass da diese Klausel im Vertrag stand, dass er, du hast es jetzt in unseren Notizen Hausaufgaben genannt, dass er, ja, sich an gewisse Regeln halten muss, die dann doch eher, ähm, ja, klang, als hätte man einen Vertrag mit einem Teenager gemacht und nicht mit einem NFL-Quarterback. Dann gab's eine Pressekonferenz von Cala Murray, ähm, viele Diskussionen, und vor allem wurde diese Klausel tatsächlich jetzt aus dem Vertrag gestrichen. Das ist auch eine absolute Clownshow, also, muss man wirklich auch klar sagen. Äh, ich hab ja so ein, ich hab so ein News-Dokument, oder so ein Text-Dokument generell, dass ich immer wieder mal unter der Woche Sachen reinschreibe, damit ich sie für unseren Rundown halt nicht vergesse. Und die News fühlt sich an, als wär's eine Ewigkeit her, nach Watson und nach dem Dolphins, äh, nach der Dolphinsstrafe. Als die kam, dachte ich, ehrlicherweise, das wird sicher unsere Opening-News, unsere größte News diese Woche. Ähm, einerseits aufgrund der Absurdität dieser Situation, dass diese Klausel, wir hatten ja drüber gesprochen eben, ähm, da ist schon merkwürdig, dass die überhaupt im Vertrag ist und dass das dann ein paar Tage später wieder rausgenommen wird. Das ist ja ein kompletter Zirkus eigentlich. Und andererseits aber auch, weil ich Murray so noch nie gesehen hatte, der ist eigentlich sehr, sehr ruhig, sehr, ich würd's mal Business-like nennen auf seinen Pressekonferenzen. Also, naja, höflich, beantwortet nett alle Fragen und so weiter, aber halt auch nicht mehr. Also, ist jetzt keiner, der hier eine lustige Anekdote mal so irgendwie raushaut. Und in dem Fall ist er ja wirklich ohne Ankündigung, also er hatte keine planmäßige PK an dem Tag, ist dann nach dem Training vor die Presse gegangen, hat ein so ungefähr dreiminütiges Statement rausgehauen, rausgehauen, das echt leidenschaftlich war. Also, man hat gemerkt, dass alles, was natürlich im Zuge dieses Vertragszusatzes dann auf Social Media abging, so von wegen, ja, Murray arbeitet nicht genug und muss mehr Zeit investieren und so weiter, dass ihm diese Sachen echt nahe gegangen sind und dass er das so nicht auf sie sitzen lassen wollte. Ich hab das Video von seinem Statement da, das hab ich auch, auf meiner Twitter-Timeline findet ihr das auch. Äh, ja, jetzt ist die Klausel weg. Ähm, das Team in Person vom Owner, der wohl hinter dieser, oder der diese Klausel haben wollte, wohl trotz internen Widersprüchen, hat sich da halt einfach ein unfassbar unnötiges Fettnäpfchen gesetzt. Und jetzt, glaub ich, kannst halt nur hoffen, dass das, äh, dass es in absehbarer Zeit so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ja, du hast es ja anfangs gesagt, Clown-Show, aber immerhin ist hier jetzt auch irgendwie ein Haken an der ganzen Sache dran. Die San Francisco 49ers haben mit einem ihrer wichtigsten Spieler einen neuen Vertrag ausgehandelt. Die Bo Samuel, da hat man ja zwischenzeitlich auch von Trade-Gerüchten gehört, dass er weg will. Er will auf jeden Fall einen neuen Vertrag. Den hat er jetzt bekommen. Und wie sieht der aus? Ja, genau, also rund um den Draft gab's echt so ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, wo es, fand ich, schon wahrscheinlich gewirkt hat, dass die den traden. Es gab wohl auch Angebote, aber halt keins in der Nähe offenbar von dem, was San Francisco in Erwägung gezogen hätte. Und danach, nach dem Draft, haben sie ja klar nach außen kommuniziert, hier wollen die nicht traden. Und jetzt hat er eben den Vertrag bekommen. Der Vertrag sind nur drei Jahre. 71,5 Millionen Dollar, 58 garantiert. Was ich spannend finde, also einmal eben dieses nur drei Jahre, das heißt für ihn halt auch die Gelegenheit, früher noch mal auf den Markt zu kommen, natürlich. Da haben wir gleich die gleiche Story, mehr gleich noch mal bei einem anderen Spieler. Was ich aber spannend finde bei dem Vertrag hier, sind die Details bezüglich seiner Rolle. Weil das war ja wohl ein größerer Streitpunkt, dass Dibu Samuel gesagt hat, er will nicht mehr unbedingt so diese Running-Back-Rolle in dieser Form ausfüllen, wo eben natürlich die körperliche Abnutzung irgendwo ist, halt deutlich höher, als wenn du halt einfach nur Receiver spielst. Und das ist so ein bisschen im Vertrag auch angekommen. Weil er hat und zwar keine geringen Bodizahlungen für Rushing-Achievements, nenne ich es mal. Er bekommt 650.000 Dollar pro Jahr, wenn er mindestens 380 oder eben mehr Rushing-Yards hat. Und er bekommt noch mal 150.000 Dollar obendrauf, wenn er in einem der drei Jahre mindestens drei Rushing-Touchdowns hat. Unterm Strich kann er über diese drei Jahre damit fast zwei Millionen Dollar mehr verdienen, wenn er diese Runner-Rolle eben in dem Umfang oder in ähnlichem Umfang weiter ausfüllt. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Lösung, um diesem Thema so ein bisschen gerecht zu werden. Ja, zwei Millionen bei 58 Millionen garantiert ist natürlich dann auch ein Riesenunterschied. Frag mal den Running-Back. Absolut. Es sind zwei Millionen Dollar. Trotzdem, wie gesagt, es sind 58, glaube ich, ja garantiert auf jeden Fall eine riesige Summe. Und du hast es gerade schon gesagt, ein anderer Receiver hat fast den gleichen Vertrag unterschrieben. Also in vielen Bereichen ziemlich identisch das Ganze, was die Cam Metcalf und die Seahawks da ausgehandelt haben. Genau, es sind auch drei Jahre über 72. Also die USA-Mail 71,5, hier sind es 72. Bei Metcalf heraussticht der Signing-Bonus 30 Millionen Dollar. Das ist der höchste aller Zeiten für einen Receiver. Also das ist schon ein starker Vertrag für ihn. Er ist einer der prototypischen Ex-Receiver in der NFL. Und das ist wirklich mal ein Spieler, der, finde ich, die beste Version von dem geworden ist, was man Pre-Draft so erhoffen konnte. Ja. Und für die Seahawks halt natürlich einen immensen Value auch hat. Und ich finde, der Vertrag zeigt das auch. Also ich finde, das ist ein Vertrag, wo man sieht, dass Seattle auf jeden Fall ein paar Zugeständnisse gemacht hat, damit er das jetzt unterschreibt. Und er jetzt eben auch wie die Bruce Cameron für diese drei Jahre erst mal. Und dann hast du halt eine Option natürlich, auch wieder ein bisschen früher vielleicht rauszukommen, vielleicht das Team zu wechseln oder eben einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Und es ist ja so ein bisschen das Thema einfach diese Aufsaison auch gewesen. Wir haben jetzt insgesamt zehn Receiver, die in dieser Aufsaison Verträge unterschrieben haben, die mindestens 20 Millionen Dollar pro Jahr einbringen. Das ist halt schon ein krasser Trend, wenn man das vergleicht mit ... Also selbst wenn du es von Prozenten, vom Cap her vergleichst, ist das ein extrem auffälliger Trend. Und allein aus diesem Draft waren es ja eben die beiden jetzt plus AJ Brown und Terry McLaurin, die ja auch beide neue Verträge bekommen haben. Ja. Und es ist natürlich auch clever, aus Seahawks Sicht den Vertrag jetzt unterschreiben zu lassen, bevor er nach dieser Saison keinen Bock mehr hat, bei den Seahawks zu bleiben. Dann schauen wir zu den Tampa Bay Buccaneers und starten mit den ersten schlechten Nachrichten. Es wird wieder trainiert. Das heißt, es wird Verletzungsmeldungen geben. Und die gab es jetzt auch schon zuhauf. Aber es gab vor allem auch welche, die richtig schwerwiegend sind. Bei den Tampa Bay Buccaneers gibt es da einen Fall. Und zwar hat sich Center Ryan Jensen schwer verletzt. Ja, Knieverletzungen. Ich habe es immer noch nicht ganz sicher gesehen, ob es das Saison aus ist. Das heißt, erst mal mehrere Monate auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist das Saison aus. Also vielleicht ist es auch so eine Situation, wo er irgendwie, weiß ich nicht, für die Playoffs zurückkommen könnte. Aber Stand jetzt klingt es eher nach Saison aus. Sie haben Robert Haynesy dahinter, von dem sie wohl auch viel halten. Ein junger Spieler, Drittrundenpick letztes Jahr gewesen. Hat nur ein paar Snaps gespielt vergangene Saison. Der Vorteil ist natürlich aus seiner Perspektive, dass du mit Tom Brady dahinter jetzt nicht unbedingt den Center brauchst, der dir die gesamte Protection jedes Mal sortiert. Aber ich glaube vor allem, was so ... Also einmal Leadership ist sicher ein Punkt, aber auch was die Physis im Run-Game angeht. Da werden sie Ryan Jensen auf jeden Fall vermissen. Und bei den Broncos gab es auch die erste schwerwiegende Verletzung. Und zwar hat sich Tim Patrick einen Kreuzball-Dress zugezogen. Ja, das ist so ein typischer Spieler, der, finde ich, in der Off-Season so richtig Hype aufbaut. Und du eigentlich denkst, boah, das könnte echt spannend werden. Natürlich, die Offense wird viel besser sein. Seine Rolle, alles, was man da gehört hat, ging in die Richtung. Der wird eine große Rolle haben. Es hieß jetzt auch teilweise, dass der vielleicht sogar den Slot geht. Also wirklich so eine Big-Slot-Receiver-Rolle ausfüllt und da auch dann ein fixer Starter ist. Also der hätte wirklich vor einer großen Saison stehen können. Und stattdessen im Training bei einem Catch-and-Run Kreuzband gerissen und damit natürlich Saison aus. Allerdings muss man sagen, die Broncos sind da ja relativ gut aufgestellt auf seiner Position. Klar, den Big-Slot-Receiver haben die so nicht. Aber KJ Hemmler kommt von einer Verletzung zurück. Und dann hast du natürlich Kotlin Sutton und Jerry Judy. Also natürlich bitter, vor allem für ihn persönlich. Aber für die Broncos, glaube ich, ist das aufzufangen. Dann sind wir bei den Chiefs. Die haben Carlos Dunlap verpflichtet, der noch zur Verfügung stand. Der war noch zu haben. Ja, das ist so ein Signing spät, relativ spät im Jahr. Dafür noch für relativ gutes Geld. Ein Jahr bis zu acht Millionen Dollar. Finde ich eine sehr gute Ergänzung für diese Front einfach. Also Dunlap zum einen hat gezeigt, dass er immer noch was im Tank hat. Jetzt nicht mehr der Spieler, der vor zwei, drei Jahren war, aber immer noch ein guter Hedge-Verteidiger. Und das ist halt eine Verpflichtung, mit der du als Team, die so ein bisschen dafür absichert, dass George Kalaf das nicht direkt als Rookie eine tragende Rolle übernehmen muss, sondern so ein bisschen herangeführt werden kann. Jetzt hast du da noch eine Alternative in dieser Rotation. Und generell eine tiefe D-Line-Rotation zu haben, hat sich in den vergangenen Jahren für verschiedene Teams bewährt. Also ich glaube, das ist ein absolut sinnvolles Signing für Kansas City. DJ Humphreys wird in Zukunft keine Musik machen, sondern weiterhin in der O-Line der Cardinals spielen. Wow. Ich habe für einen kurzen Moment gebraucht, was das für eine Referenz ist. Ja, sie lassen wieder nicht auf den Markt kommen. Hatten ja auch letztes Mal schon dann kurz vor seiner Free Agency für kurzfristige Zeit verlängert. Jetzt hier auch wieder drei Jahre. Es sind 34 Millionen garantiert. So ganz habe ich noch nicht herausfinden können, der Vertrag ist jetzt noch nicht so lange her, ob er diese 66,8 Millionen, die da berichtet wurden, jetzt über die drei neuen Jahre bekommt. Das wäre dann schon ziemlich happig. Oder ob es irgendwie inklusive noch verrechnet wird mit dem einen Restvertrag, was er noch hatte. Er wäre in sein letztes Vertragsjahr gegangen, hätte 14 Millionen Dollar verdient in der kommenden Saison, die nicht garantiert waren. Und vermutlich hat er deshalb auch bisher noch nicht trainiert, weil er den neuen Vertrag wollte. Auch wenn es von Teamseite aus hieß, der ist krank, der hat Magenprobleme. Das wäre ganz klar, wie gesagt, nicht trainiert, offiziell. Der generelle Takeaway, egal, ob die Summe sich jetzt auf drei oder vier Jahre erstreckt, solange du ein halbwegs solider Left Tackle bist, wirst du einfach in der NFL bezahlt. Und wenn du ein halbwegs solider Kicker bist, in der Regel nicht, aber im Fall von Chris Boswell wurde der jetzt bezahlt, und zwar von den Steelers und das mit einem Top-Vertrag. Absolut. Vier Jahre, 20,5 Millionen, 12,5 garantiert. Damit ist er zusammen mit Justin Tucker der bestbezahlte Kicker in der NFL. Ist er auch mit Justin Tucker zusammen der beste Kicker der NFL? Er ist schon ein guter Kicker, war jetzt auch über mehrere Jahre relativ konstant. Ich würde trotzdem immer davor zurückschrecken, mit dem Kicker so viel Geld zu geben, das muss ich schon sagen. Also, das ist so viel, wie du deinem Starting Running Back zahlen würdest, das möchte ich hier noch mal festhalten. Ja. Ja, ungefähr. Also, da würdest du ja eher den Running Back nehmen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also, das Ding mit Kickern ist ja halt einfach, für ein Jahr oder zwei Jahre ist ja was anderes, aber es gibt natürlich ein paar Kicker, die über ganz lange Zeit richtig, richtig gut waren. Das sind aber die wenigsten. Genau, das sind halt die wenigsten. Die meisten haben halt einfach so ein krasses Up und Down irgendwann in ihrer Karriere, dass ich halt einfach nicht mich für mehrere Jahre, für drei, vier Jahre an einen Kicker committen würde. Das war's von den News. Wir schauen auf die AFC East. NFL Preview. verzeihe, dass die nicht noch mal eintreffen werden. Also, ich glaube, die Differenz zwischen eins und drei wird größer. Und ich glaube, es wird auch nur ein Playoff-Team geben. Da können wir natürlich am Ende noch drüber sprechen. Aber wie schätzt du die Division im Allgemeinen ein? Ähm, ich ... Es ist eine Division, wo ich das Gefühl hab, ich kann alle Teams einigermaßen gut greifen, was jetzt nicht unbedingt inhaltlich, da kommen wir gleich noch dazu, da gibt's einige San-Umbrüchen, aber wo ich sie sehe, also in welcher Sieger-Range sie sehe, außer Miami. Miami ist für mich eine der Wildcards generell, wenn ich jetzt auf die kommende Saison gucke und versuche zu tippen. Ja, das schon. Gewinnen die sechs Spiele oder gewinnen die elf Spiele? Wir sprechen ja gleich über die Jets, aber kannst du mir nicht erzählen, dass du dir da mit deinem ... mit deiner Siege-Vorhersage relativ sicher bist. Also, Jets sind wieder so ein Team, wo ich einigermaßen komfortabel die halt in so eine Kategorie packen würde. So sechs Siege-Range. Das kann dann auch fünf sein, das können auch sieben sein. Bei Miami hätte ich das so nicht. Bei Miami könnte ich jetzt sagen, acht Siege. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es zwei mehr werden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es irgendwie eine totale Katastrophe wird und zwei weniger werden. Und auch die Patriots. Also klar, da hat sich nicht so viel getan, aber auch da bin ich gespannt, wie sie sich am Ende schlagen. Da finde ich die Range auch relativ gering, aber ... Naja, wir gucken jetzt aufs Sportliche und wir fangen wieder mit dem schwächsten Team des vergangenen Jahres an. Das waren die New York Jets. Das war nischt letztes Jahr. Das war ein Rekord mit 4 und 13 nach den Jaguars, der zweitschlechte oder die zweitschlechteste Punkte-Differenz nach EPA die schlechteste Defense der Liga. Und vor allem hatte man einen der am schwächsten spielenden Starting Quarterbacks. Insgesamt haben vier Quarterbacks bei den Jets gespielt letztes Jahr. Zumindest mehr als 40 Snaps. Das muss er auch erst mal schaffen. Also da musste schon viel passieren, damit die Jets jetzt in der kommenden Saison deutlich besser spielen. Nur ist die Frage, ist genug passiert? Haben sie genug gemacht? Und ich finde, man hat auf jeden Fall einige gute Dinge gemacht und einige Dinge, an die man sich klammern kann, wenn man einen Case dafür machen will, dass die Jets sich deutlich verbessern. Also grundsätzlich ist, glaube ich, eine gewisse Steigerung zu erwarten, wenn du so einen jungen Quarterback hast, der ins zweite Jahr kommt. Wenn du einen First-Time-Head-Coach hast, der ins zweite Jahr kommt. Ist ein wichtiges Jahr für beide, für Robert Sala und für Zach Wilson. Fangen wir mal mit Zach Wilson an. Der hat wirklich keine besonders gute Saison gespielt. Gab so ein paar Highlights. Wir haben ja auch häufig drüber gesprochen, aber halt auch viele Lowlights. Vor allem innerhalb der Struktur sah er nicht so gut aus. Da sahen teilweise die Backup-Quarterbacks besser aus, die dann für ihn eingesprungen sind. Und das halt in einer Struktur, die ja eigentlich relativ Quarterback-freundlich sein sollte. Wenn er sich innerhalb der Struktur nicht verbessert, dann wird es schwierig, auch dieses Jahr, dann wird es auch auf Dauer nichts mit ihm in der NFL. Ich würde ihm allerdings noch so ein bisschen Zeit zugestehen wollen, weil von BYU im College in die NFL ist eh schon kein kleiner Schritt. Und dann hatte er halt bei BYU eine Bomben-Offensive-Line, viel Zeit, hatte Playmaker. Und das alles hatte er bei den Jets letztes Jahr überhaupt nicht. Also ich bin da noch mal durchgegangen. Da hat ja sämtliche Konstanz gefehlt, was so an Waffen in der Offense angeht. Also Elijah Moore, das war sein Top-Target, hat elf Spiele nur gemacht. Corey Davis nur acht. Jamison Crowder zwölf Spiele. Also keiner von seinen wichtigsten Spielern oder seinen wichtigsten Anspielstationen hat auch nur ansatzweise eine Saison oder die Saison durchgespielt. Er selber hat ja auch ein paar Spiele gefehlt. Das hilft natürlich auch nicht, um in einen Rhythmus zu kommen. Und ja, dann hinter einer der miesesten Lines der Liga dazu. Also grundsätzlich glaube ich für mich, Zach Wilson, ich will ihn auf jeden Fall noch mal in besseren Umständen sehen, bevor ich ihn abschreibe. Ich habe da noch ein gutes Stück Hoffnung. Wir haben ja schon auch über ihn ausführlich gesprochen gehabt. Das Thema werden wir heute noch mal haben, weil wir unsere Rookie-Review gemacht hatten vor ein paar Wochen. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, da haben wir über alle Quarterbacks einzeln gesprochen. Auch über Zach Wilson natürlich. Mike Jones, der heute noch Thema ist. Genau, Mike Jones natürlich auch. Ich finde, der Knackpunkt, den hattest du, glaube ich, relativ am Anfang gesagt, er hatte halt nur Flashes bisher, einzelne Momente. Ja. Und das macht es halt schwer, sich jetzt da aus Analystenperspektive drauf zu stützen und zu sagen, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen und darauf kann man aufbauen. Und was ich ja zum Beispiel bei Trevor Lawrence gesagt habe, wo ich halt sage, okay, bei Trevor Lawrence ist deutlich mehr Positives zu sehen, wenn man sich anschaut, wie er gespielt hat, als die Total Stats oder auch der Gesamteindruck von seiner Rookie-Saison vielleicht vermuten lassen würden. Und bei Wilson würde ich das so nicht sagen, weil diese Flashes, dieses Arm-Talent, das, was er aus der Struktur, aus der Pocket kann, die Sachen standen ja nie in Frage. Also das hat er im College gezeigt, das wussten wir, dass er das mitbringt, das wussten wir, dass er das auch kann. Und das waren ja letztlich auch im Prinzip diese positiven Momente. Aber wer hatte die schlechteren Umstände von den beiden? Lawrence, mit Abstand. Ja. Also schlechtere Waffen, schlechteres Coaching, gleichwertige Online. Also wenn alle fit waren, ja, das schon. Aber bei den Jets war halt immer mindestens einer von den wichtigsten Waffen nicht dabei. Das ist schon richtig. Aber ich würde grundsätzlich trotzdem mitgehen. Aber ich finde, wenn man halt so aufs Papier schaut, wen hatten die Jets als Waffen zur Verfügung? Ich meine, das haben wir auch vor letzter Saison gesagt, liest sich das ganz gut. Aber wie gesagt, die standen halt selten alle gleichzeitig auf dem Feld. Das ist schon richtig. Aber bei den Jaguars stand ja irgendwann gar keiner mehr auf dem Feld. Ja. Außer LaVisca Schenault. So, das war der Einzige noch. Nee, genau. Ich habe auch mal nachgeschaut, weil ich das einfach noch mal so ein bisschen einsortieren wollte. Und das hat eigentlich genau meinen Eindruck bestätigt. Zach Wilson war auf Platz 31 von 32. Bei On-Target-Percentage, also wie viele seiner Pässe letztlich akkurat Richtung Receiver kamen. Und bei den PFF-Grades, und ja, die darf man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, aber für Kontext einfach, war er auf dem letzten Platz bei negativ bewerteten Plays und auf Platz 28, was die Grade aus einer sauberen Pocket angeht. Und wenn man das so will, das sind ja diese Konstanzmetrics in gewisser Weise. Wenn ein Quarterback aus einer sauberen Pocket gut ist, wenn seine Pässe akkurat kommen, wenn er wenige negative Plays drin hat, dann sprechen wir erst mal von einer guten Baseline. Und davon ist Zach Wilson halt noch ein gutes Stück weit weg. Ich stimme dir trotzdem auch voll zu. Ich will überhaupt nicht sagen, das wird sich nicht verbessern oder so was. Im Gegenteil, gerade bei Quarterbacks gibt's ja einfach diesen Effekt ein Stück weit auch, dass das Spiel langsamer wird. Für mich wirklich die Frage ist, bei ihm macht er jetzt diesen großen Schritt, dass er dieser konstantere Pocket-Passer werden kann, in besseren Umständen. Und du hast auch gesagt, wir haben letztes Jahr das gesehen, dass das mit erfahreneren oder anderen Quarterbacks, die halt einfach innerhalb der Struktur strikt gespielt haben, lief die Offense runder. Und mit Zach Wilson hat das deutlich länger gedauert, bis das besser geklappt hat. Macht er diesen Schritt, jetzt wo die Offense, wo die Umstände nochmal eine ganze Stufe besser sind? Wenn nicht, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dann nach der Saison drüber sprechen, ob die Jets einen neuen Quarterback brauchen, wenn er diesen Schritt nicht macht. Wenn er sich nicht verbessert, oder nur ganz wenig, dann kann ich mir schon vorstellen, also dann werden die Jets auch wieder früh picken. Weil dafür ist, glaube ich, das Grundgerüst, das ist jetzt kein Team, wo ich sage, das Grundgerüst sieht so stabil aus, dass du mit einem ... Das entsteht halt noch, ja. Das entsteht halt noch. Genau, dass du mit einem schwächeren Quarterback trotzdem halt irgendwie sechs, sieben Siege holen kannst. Dafür muss Zach Wilson schon diese Entwicklung gehen. Allerdings wird es halt, glaube ich, ein bisschen einfacher für ihn. Weil wir haben über die Umstände gesprochen. Die waren vielleicht besser als bei Trevor Lawrence, aber ja immer noch nicht gut. Und die Umstände haben sich in meinen Augen klar verbessert. Also ich glaube, dass die Offensive Line besser sein wird als letztes Jahr. Mikai Beckton, der eigentlich eine starke Rookie-Saison gemacht hat vor zwei Jahren oder eine solide Rookie-Saison gespielt hat, auf der man aufbauen kann, hat letztes Jahr nur ein Spiel gemacht und war dann verletzt. Der kommt zurück. Mal sehen, ob er rechts oder links spielt, weil George Fant, der dann letztes Jahr gespielt hat, der war laut PFF der Beste in dieser Offensive Line. Das sind die beiden Tackles. Das ist schon nicht so verkehrt. Dann haben sie Laken Tomlinson geholt von den 49ers für Left Guard. Oder eine von den beiden Guard-Positionen, wahrscheinlich Left Guard. Der spielt, also vor allem spielt er immer. Das kommt den Jets schon mal entgegen, wenn jemand mal nicht so viel verletzt pausieren muss. Der hat die letzten fünf Jahre konstant über 1.000 Snaps pro Saison gespielt. Und das auch auf einem guten Level. Connor McGovern, der Center, so wie letztes Jahr, auf jeden Fall keine großartige Schwachstelle. Und Elijah Vera Tucker, der ehemalige First-Round-Pick, rückt höchstwahrscheinlich auf Right Guard. Hat jetzt auf Left Guard eine okaye Rookie-Saison gespielt. Auch hier kann man aufbauen und auch der bringt noch Entwicklungspotenzial mit. Stichwort Potenzial ist einfach so der Begriff für diese Line. Da sind einige jüngere Spieler, vor allem mit Becken und Vera Tucker mit dabei, die sich noch steigern können. Und die anderen haben schon gezeigt, dass sie ausreichendes Niveau mitbringen. Also, da ist viel möglich nach oben. Aber wenn man realistisch bleibt, ist das zumindest eine durchschnittliche NFL-Line, oder nicht? Ja, das sollte eigentlich mehr sein, ehrlicherweise. Sollte mehr sein. Also, ich fand die halt letztes Jahr auch schon gar nicht so schlecht. Also, ich weiß, sie hat nicht irgendwie Top Ten oder so was. Aber auch da haben noch viele Leute immer mal wieder gefehlt, oder? Hatten sie auch Verletzungen, ja. Aber sie hatten ... Also, sie hatten letztes Jahr viele solide Spiele einfach. Morgan Moses war ja noch der Right Tackle da, als Becken halt raus war. Greg Van Roten auf Right Guard. Also, nicht falsch verstehen. Tomlinson und Becken jeweils dann als Ersatz sind klare Upgrades. Oder sollten das, in Bektons Fall zumindest, sein. Aber jetzt nicht so ... Also, diese Line war letztes Jahr besser als, ich würd sagen, mindestens acht, neun andere Lines in der NFL. Dieser Positions-Switch wird, find ich, interessant sein zu sehen. Becken haben sie jetzt zum Start des Training Camps auf die rechte Seite geschoben. Du hast ja eben schon angedeutet, ich geh davon aus, dass das auch der Plan ist. Also, Fendt, der halt gut gespielt hat in Bektons Abwesenheit, dass der auf Left Tackle bleiben soll und Becken eben rechts spielen soll. Und eben dann dieser Guard-Switch noch dazu. Das sind halt natürlich ... Das muss erst mal auch wieder sie alles finden, zum ersten Mal funktionieren. Bei Becken ist immer die Frage, ist er fit, ist er in Form? Er soll wohl jetzt ganz gut in Form zum Training Camp gekommen sein. Das ist auf jeden Fall mal ein positives Zeichen. Aber wenn ... Also, ich würd's mal so formulieren. Wenn Becken fit bleibt und auf der rechten Seite funktioniert, dann sollte das eigentlich eine gute Line sein. Und gut heißt für mich irgendwie so zwischen 10 und 15, wenn wir jetzt Offensive Lines ranken würden. Also, wahrscheinlich nicht, sagen wir, zwischen 12 und 15. In der Range würde ich sie sehen, wenn Becken fit bleibt und auf rechts funktioniert. Und das ist ja dann doch noch mal ein ordentlicher Schritt nach oben. Genau, ja. Zu den Umständen gehören auch die Passcatcher. Habe ich erwähnt mit den ganzen Verletzungen letztes Jahr. Und die beiden Besten in meinen Augen aus dem letzten Jahr mit Elijah Moore und Corey Davis, die sind weiterhin da. Und hoffentlich bleiben sie auch fit. Und dazu kommt halt eben First-Round-Pick Garrett Wilson. Ich persönlich hätte andere Receiver bevorzugt an der Stelle. Okay. Aber der Typ bringt trotzdem ja enormes Talent mit. Er bringt Speed mit. Und vor allem halt macht er aus diesem Receiving-Core ein richtig ausbalanciertes Trio, wie ich finde. Also, Corey Davis, so dein großer Ex-Receiver Elijah Moore, vor allem im Slot-Star, kann aber auch rumgeschoben werden. Rumgeschoben werden kann auch Garrett Wilson. Aber der bringt halt noch mehr Speed mit. Der kann der Field-Stretcher sein. Also, die Tiefe könnte besser aussehen bei den Wide-Receevern allen voran. Das muss man an der Stelle erwähnen. Aber die Top-Drei finde ich ordentlich. Und gleichzeitig muss man auch schauen, wie oft alle drei überhaupt auf dem Feld stehen. Weil ich finde es schon auffällig, dass man gleich zweimal relativ viel Geld für Tight Ends in die Hand genommen hat. C.J. Osama von den Bengals gekommen und Tyler Conklin von den Vikings. Ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn wir darauf gucken, wo diese Offense herkommt, dass wir auch das ein oder andere Mal zwei Tight End-Sets, äh, zwei Tight End-Sets, Gottes Willen, zwei Tight End-Sets sehen werden. Ja. Ja, kann ich mir absolut. Zumal sie ja auch noch, ähm, das war noch dieses Jahr, oder bin ich jetzt völlig falsch, die haben auch Jeremy Ruckert noch gedraftet dieses Jahr. Ja, das stimmt, der ist auch noch mit dabei. Also, noch ein Tight End. Also, sie haben wirklich in diese Position auf jeden Fall investiert. Ähm, hab ich mir auch notiert, dass ich mir mehr 12-Personal vorstellen könnte, gerade auch fürs Run gehen, weil ich finde, also, Osama ist ja wirklich so ein ... Von seiner Rolle her ein relativ kompletter Tight End. Ähm, Conklin und Ruckert würde ich jetzt auf jeden Fall eher auf der Blocking-Seite zu Hause sehen. Also, ich glaub, dass du mit denen schon noch den Ball auch laufen kannst, wenn du da mit 12-Personal rauskommst. Was ich noch auffällig fand, war mit dieser Receiver-Gruppe, dass das schon so echt so eine Shanahan-Handschrift jetzt ist. Also, ist ja auch ein Shanahan-Schüler, der die Offense leitet. Also, das ist der gleiche Coaching-Tree. Und die Receiver jetzt, die sie jetzt sich geholt haben über die letzten zwei Jahre, mit Moore, mit Wilson, und Braxton Berries auch zum Beispiel, das sind alles gute Receiver nach dem Catch. Und ich denk schon, dass es in die ... Und eben Corey Davis ist halt der, der dann diese A.J. Brown-Rolle so vielleicht ein bisschen einnimmt, eben der ein bisschen physischere, der primär Outside auch spielt. Ähm, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch mehr und mehr eine Offense werden soll, wo sie wirklich viel mit Timing arbeiten, viel an der Need arbeiten und dann nach dem Catch haben wollen. Und dafür ist es halt super wichtig, dass du einen Quarterback hast, dass der echt sehr konsequent in der Struktur und im Timing der Offense spielt. Was Zach Wilson bisher noch nicht war. Genau, genau. Allerdings glaube ich, dass diese Offense vor allem auch ums Running Game aufgezogen wird. Also, Offensive Coordinator kam aus San Francisco, von Shanahan. Genau. Ist bekannt, dass da auch das Running Game eine große Rolle spielt. Und die Line ist auch mit Blick auf Runblocking aufgebaut worden. Auch ein Tom Linson wurde nicht zufällig geholt. Mikael Becken, wenn du dir anguckst, was der im College damals gemacht hat mit seinen Gegnern im Running Game. Und dann gibt es halt noch einen Second-Round-Pick für einen Running Back aus, obwohl du ja eigentlich schon mit einem Michael Carter einen echt vielversprechenden Back hast, der auch noch jung ist. Aber jetzt hast du noch Breeze Hall geholt. Also, es spricht sehr, sehr viel für Fokus auf, vor allem aufs Running Game. Und gut, das Running Game wird natürlich auch Zach Wilson helfen. Ist ja klar. Und grundsätzlich hast du jetzt mit Breeze Hall und Michael Carter ein sehr spannendes Duo. Also, zwei ganz unterschiedliche Typen. Und das kann so richtig Blitz und Donner sein. Das Run, ich ... Also, ja, natürlich schauen wir vor allem auf die Entwicklung von Zach Wilson im Passing Game innerhalb der Struktur. Aber ich werde bei den Jets auch sehr aufs Running Game gucken. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Basis für eine bessere Saison wird. Dieses Running Game und was dann darauf aufbaut. Du siehst halt, dass dieser Kader, was ich vorhin gesagt hatte, dass der noch entsteht, so in gewisser Weise, dass der noch nicht fertig ist. Ich finde aber auch, diese Off-Season haben sie noch mal einen klaren Schritt in die Richtung gemacht, was sie sein wollen. Eben, sie wollten ja für Breeze Hall sogar in die erste Runde traden. Also, sie wollten ja sogar noch höher gehen für ihn. Also, das war wirklich eine hohe Priorität. Nachdem sie den Guard geholt haben, der exakt ... Also, Tomlinson kam ja aus San Francisco, der ja exakt aus diesem Scheme auch kommt. Und nachdem sie den Receiver hochgepickt hatten, der auch eben vor allem so nach dem Catch viel machen kann. Man sieht, finde ich, schon klar, wo die Handschrift für diese Offense hingehen soll, wie das aussehen soll, wie das funktionieren soll. Ich glaube auch, dass das Run Game besser sein wird. Ich denke, dass die Offense Fly noch mal besser sein wird. Und ich komme halt immer wieder drauf zurück. Und da führen halt die Fäden dann doch immer wieder beim Quarterback irgendwie zusammen, dass du eben einen Quarterback brauchst, der in dieser Offense, damit die Offense funktional ist, gar nicht mal jetzt irgendwie der Superheld sein muss. Aber was ja bei Garoppolo eben immer heraussticht, ist eben dieses Timing, diese ... Ja, so eine gewisse Furchtlosigkeit, auch über die Mitte des Feldes den Ball zu verteilen. Und eben dieses, wenn er in Topform ist, dieses High-End-Game-Management. Und das ist halt was, was junge Quarterbacks erst lernen müssen. Und ich glaube, gerade ein Quarterback wie Zach Wilson erst auch lernen muss. Und daran wird halt viel hängen. Also ja, ich denke auch, dass sie den Ball besser laufen. Aber damit die Offense wirklich einen Sprung macht, brauchst du dann halt auch den Sprung vom Quarterback. Und wir brauchen auch einen Sprung von der Defense bei den Jets. Also vor allem, wenn du Robert Sala als Headcoach holst, dann erwartest du eigentlich zumindest eine gute Defense zu haben. Das ist sein Steckenpferd. Das ist sein Fokus. Und das war keine gute Defense letztes Jahr. Ich habe es eben schon gesagt, mit Abstand, die schlechteste Defense in Expected Points Edit, vorletzter bei Pro Football Focus, meist die Yards pro Spiel zugelassen. Also egal, woran ihr da oder worauf ihr da schaut. Das war eine sehr schlechte Defense. Aber auch hier hat man einiges getan. Also auch hier kommen einige Verletzte zurück und vor allem auch Langzeitverletzte. Das wird schon mal helfen. Hier hatte man auch halt kaum konstant drin. Also viele unterschiedliche Spieler, die da gespielt haben. Und von den elf Startern in der Defense könnten sechs dieses Jahr zu Beginn der neuen Saison, Verletzung mal ausgeschlossen, sechs neu sein. Neuzugänge und Langzeitverletzte. Also die halbe Defense, mehr als die halbe Defense, könnte eine andere sein als letztes Jahr. Du hast drei Picks in die Defense investiert. Zwei davon waren First-Rounder, der eine in Source Gardner. Also der soll natürlich Robert Salas, Richard Sherman werden, wenn es gut läuft. Ist einer von mehreren Neuen für dieses Secondary. Markus Joyner kommt von einer langen Verletzung zurück. Seine besten Jahre liegen jetzt auch schon weiter zurück. Okay, aber wenn der in der richtigen Rolle spielt und fit ist, kann er zumindest helfen. Jordan Whitehead hat man von den Bucks geholt. Auch kein schlechter. Kommt erst in sein fünftes Jahr in der NFL. Das gleiche gilt für DJ Reed, den Cornerback, den man geholt hat von den Seahawks. Er hat sich da sehr gut entwickelt. Auch der kommt in sein fünftes Jahr. Das ist jetzt auch noch ein relativ junger Spieler. Und übrigens auch ein Voreneinanders-Pick gewesen unter Robert Salah. Der weiß, was er da bekommt. Dann hast du einen Bryce Hall, den Cornerback. Der hat letztes Jahr die meisten Snaps in dieser Defense gespielt. Und der ist vielleicht jetzt nur noch so der Nummer 3, Nummer 4 Cornerback. Das zeigt schon, wie viel da passiert ist. Weil du hast noch Michael Carter als Nickelback. Das ist insgesamt, wenn wir das alles mit dazu oder zusammentun, und natürlich Thorsten Gartner, der so ein bisschen über allem steht und der die meiste Aufmerksamkeit bekommen wird. Aber das ist insgesamt eine vielversprechende junge Secondary, die sich nicht verstecken muss, glaube ich. Nee, finde ich auch. Also, das ist natürlich vom Personal her ein Quantensprung. Wenn man sich ... Ich habe ja auch einfach nur die ... Du hast jetzt die Namen teilweise auch schon gesagt. Die Starting-Gruppe letztes Jahr hat einfach mal angeguckt. Und dann zu sehen, was sie halt gemacht haben auf der Position. Und wer da starten wird dieses Jahr. Ja, wir haben jetzt über die O-Line gesprochen. Das ist ein viel, viel größerer Sprung noch mal im Vergleich zum letzten Jahr, was sie in der Secondary gemacht haben. Also, da sollten sie deutlich besser sein. Und da wird es natürlich auch so ein bisschen Growing Pains geben, wenn du einen jungen Cornerback hast, der wahrscheinlich der Nummer 1 Corner sein soll. Generell eine Gruppe, die sich halt erst zusammenfinden muss. Das ist immer so, oder fast immer, dass man da auch ein bisschen Zeit einplanen muss. Für mich, als ich jetzt die Jets vorbereitet habe, war wirklich, da kann man schon ein bisschen auf die Front auch rübergehen. Das, was hängen geblieben ist bei mir, ist Robert Salahs Defense ist halt in erster Linie über die Front aufgebaut. Das wollen sie ja eigentlich machen. Und da waren sie letztes Jahr ja natürlich auch kilometerweit weg, auch verletzungsbedingt. Jetzt, finde ich, haben sie die Secondary, die die Front ein bisschen entlasten sollte, weil sie deutlich besser auf dem Papier zumindest aussieht, als letztes Jahr. Und sie haben in der Front, sie haben nicht jetzt diese dominante Front, aber sie gehen, finde ich, in die Richtung, dass du eine Defensive Line Gruppe hast, die deine Defense tragen kann. Und letztlich, das ist, also wenn wir uns die Salah Defenses in San Francisco angucken, klar hatten die auch Talent in der Secondary. Du kannst nicht irgendwie eine totale Graupensecondary haben und trotzdem eine starke Defense, das wird eigentlich nie funktionieren. Aber das Rückgrat der Defense war halt die Front. Und ich glaube, auf dem Weg befinden sich die Jets so langsam auch. Ja, ich bin sehr gespannt darauf, gerade wie sich Sauce Gartner in dem Konstrukt schlägt. Man muss ja aber auch dazu sagen, dass das, was bei der Line, du hast es eben schon angesprochen, die Verletzung, dass man sich da auch zumindest auf dem Papier verbessern wird im Vergleich. Kurz noch die Linebacker, können wir kurz machen, sind die gleichen wahrscheinlich wie letztes Jahr, CJ Mosley und Quinan Williams. Ähm, nee, Quinan Williams? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, oder? Quincy. 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 Der Bruder. Verwechselt. Quinan Williams spielt Defensive Tackle in der Line. Quincy Williams auf Linebacker. Ähm, beide bleiben Starter. Beide hatten jetzt keine besonders gute Saison. Da muss man hoffen, dass sie von dem besseren Umfeld profitieren. Von der besseren Secondary und gleichzeitig einer besseren Line. Weil wenn wir darauf schauen, wird es ganz interessant, wir haben ja letzte Saison, letzte Off-Season, viel über Carl Lawson gesprochen. Eine der vielversprechendsten Verpflichtungen letztes Jahr hat dann das ganze Jahr verpasst. Wenn der im Laufe der Saison an seine 100% kommt, dann wird das für den Pass-Rush ein enormes Upgrade sein. Und dazu kommt ja dann noch ein zweiter First-Round-Pick für diese Defense mit Jermaine Johnson. Ich mochte ihn ja sehr vom Draft. Enormes Potenzial und generell einfach ein sehr, sehr interessantes Edge-Rusher-Duo, was die Jets da seit Ewigkeiten mal vielleicht hoffentlich haben. Mhm, ja. Und jetzt, das ist das, was ich eben gemeint hab. Sie entwickeln sich halt in diese Gruppe, wo man sehen kann, okay, wenn die ihr Potenzial abrufen, dann kann das, ich will's nicht sagen, eine dominante Unit werden, aber eine wirklich sein, die vor allem gegen wackeligere O-Lines echt, echt Probleme bereitet. Ich finde, da bist du fast ... Für meinen Geschmack bist du da noch ein bisschen zu wenig gecatcht. Glaubst du, das kann eine dominante Unit werden? Ja, weil, wenn du dann Quinnen Williams und John Franklin Myers noch mit dazwischen hast, oder Sheldon Rankins für die Rotation. Und dann, also, man muss natürlich hoffen, dass Carl Lawson von der Verletzung gut zurückkommt und dass Jermaine Johnson direkt auf einem relativ hohen Niveau spielt. Aber wenn das zutrifft mit den Leuten dazwischen, dann sind die auf jeder Position gut besetzt und dann kann das schon eine ... Also, wir sprechen ja von Können und das kann eine dominante Line werden. Ich glaube, mir fehlt halt noch so ein bisschen der eine Superstar. Carl Lawson war aber ... Also, der war kurz davor. Ja. Vor seiner Verletzung. Ich glaube, du hast ... Also, das ist so der absolute Best Case vielleicht, den du dann quasi ... den du gerade entwirfst. Ich bin vielleicht eine Stufe drunter. Aber wie gesagt, ich glaube, das kann die Unit sein, die diese Defense trägt. Bei Lawson eben vielleicht, um es mal gesagt zu haben, der hatte sich ja jetzt vor fast genau einem Jahr ein bisschen weniger Mitte August. Letzten Jahres hat er sich die Achillessehne gerissen. Dementsprechend muss man da ein bisschen abwarten, einfach in welcher Verfassung der dann zurückkommt. Weil das natürlich auch nicht ohne für einen Edge-Rusher Achillessehnenriss. Ich will noch mal einen Sprung von Quinn Williams sehen. Ich will noch mal einen Sprung ... Oder ich will einen Sprung dann von College in die NFL, von dieser einen jetzt dominanten College-Saison von Jermaine Johnson sehen, inwieweit sich das überträgt auf die NFL. Aber das Potenzial ist absolut da. Und Franklin Myers war ja noch sogar der produktivste Pass-Rusher letztes Jahr. Also, das Potenzial ist komplett da. Und ich glaube, wenn Lawson bei 100% ist, dann haben sie da echt eine starke Gruppe zusammen. Es sind viele, viele Zahnräder und auch neue Zahnräder, die da erst mal greifen müssen bei den Tests. Das ist natürlich nicht garantiert, aber du hast auf dem Papier in der Offensive und in der Defensive viel mehr Qualität. Und ich halte es quasi für ausgeschlossen, dass man sich nicht verbessert. Der einzige Grund dafür kann sein, wenn Zach Wilson einfach ein Bust ist und keinen Schritt im zweiten Jahr macht und ähnlich spielt wie letztes Jahr, obwohl die Umstände besser geworden sind, dann werden sich die Jets wahrscheinlich auch nicht großartig verbessern. Aber selbst wenn er einen kleinen Schritt macht, ich, also die Jets werden auf jeden Fall in unserer Prediction-Folge noch eine Rolle spielen. Da wird es, ich hab's mir schon notiert, es wird ein Hot-Take geben. Oha. Weil ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Jets nicht Letzter werden in dieser Division. Also ausschließen würde ich es auch nicht, aber ich seh sie schon noch eine Stufe hinter den anderen Teams. Einfach weil, also ich glaub, das ist so ein, das könnte so ein Team sein, wo das absolut in die richtige Richtung unterwegs ist. Weil du nicht träumst, Adrian. Vielleicht, ja. Weil du, da guckst du dann, natürlich, wie gesagt, das meinte ich ja, es müssen viele Zahnräder erst mal greifen. Und natürlich kann man aus analytischer Sicht nicht sich darauf verlassen, dass das passiert. Aber du musst es ja irgendwo mit in Betracht ziehen, dass es passiert. Und wenn auch nur ein paar davon richtig gut greifen. Und zum Beispiel, wenn die Defense, wenn die Defense eine Top-10-Defense wird. Und ich finde, also das Potenzial zumindest auf dem Papier ist da. Du hast den Coach, der schon gezeigt hat, dass er eine Top-10-Defense coachen kann. Wenn die eine Top-10-Defense haben und eine okay Offense, dann werden die nicht Letzter in dieser Division. Das ist halt die Frage. Letzter in der Division könnten halt auch sieben Siege sein. Und in der Range siehst du hier ungefähr. Ja, nee, wenn sie so gut spielen, dass sie ... Also, wenn sie eine Top-10-Defense und eine okay Offense haben, dann holen sie auch mehr als sieben Siege, oder nicht? Also, letztes Jahr wärst du ja mit 8 und 9 wärst du letzter geworden in der Division. Ja, aber das ist das, was ich meinte. Weil ich glaube nicht, dass die anderen beiden, dass die Dolphins und die Patriots wieder so viele Siege holen, wie letztes Jahr. Einer von denen wird weniger holen. Ich ... Also, ich bleib dabei. Ich seh die Jets auf dem letzten Platz in der Division mit einer Verbesserung. 4 und 13 waren sie letztes Jahr. Richtung 6 Siege, 7 Siege. Drüber seh ich sie nicht. Es ist auch die realistische ... Also, ich muss halt sagen, ich erwarte von ... Wir kommen jetzt gleich zu den Dolphins. Ich erwarte halt von den Dolphins ehrlicherweise einen Schritt nach vorne. Und dann ist halt wirklich die Frage, gewinnen die Patriots 4 Spiele weniger als letztes Jahr? Für mich, in meiner Kalkulation. Hm. Ich würd sagen, wir machen dann direkt mit den Dolphins weiter, die du gerade erwähnt hast. Die sind Dritter geworden. Klar, wir haben aktuell viel Chaos drumherum. Ihr habt's in den News gehört. Aber wir gucken hier vor allem aufs Sportliche. Und sportlich hat man letztes Jahr einen absurden Endspurt hingelegt. Eine absurde zweite Saisonhälfte gespielt mit acht Siegen aus neun Spielen. Und ja, man ... Also, mir ist noch mal aufgefallen, man hat diese acht Siege auch gegen eher schwächere Teams geholt. Ja, ja, ja. Das war dieser Quarterback-Run auch, wo sie da gegen ... Sehr viel Glück teilweise hatten, gegen welche Art Quarterbacks, die da gespielt haben. Genau, das muss man vielleicht noch mal unterstreichen. Danach folgte aber eine sehr ereignisreiche und auch sehr aggressive Off-Season. Mike McDaniels, neuer Head Coach, aus San Francisco gekommen. Der nächste Ex-49ers-Head Coach in dieser Division. Und ja, für das neue Regime war offenbar klar, wenn wir Tua Tango Valoa richtig einschätzen wollen, dann brauchen wir gute Umstände für den jungen Mann. Dann brauchen wir ... Dann wollen wir ihn im Best-Case-Szenario sehen. Und da braucht es dann mehr Waffen. Dann braucht es mehr Protection. Und für beides haben sie Blockbuster-Moves hingelegt. Es ist definitiv eine der spannendsten Offenses der Liga. Mit Blick auf den Coach, mit Blick auf Tyreek Hill, der gekommen ist, mit Blick auf die O-Line, wo ein Armstead jetzt mit dabei ist. Was erwartest du grundsätzlich von dieser Offense und natürlich auch von Tua Tango Valoa? Eine deutliche Weiterentwicklung zu dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Beziehungsweise keine Weiterentwicklung. Eigentlich das, was wir letztes Jahr gesehen haben, einreißen und neu bauen. Das erwarte ich so ein bisschen. Ich bin bei Tua auch noch mal ein bisschen ins Detail gegangen. Ich finde, da kann man auch den Übergang ganz gut machen zum Scheme. Weil es gibt auch ein paar Fragezeichen, finde ich, dann in der Hinsicht. Also Tua hatte letztes Jahr laut PFF die zweitmeisten RPOs, also Run-Pass-Options, in der Liga, inklusive Playoffs, wo er natürlich nicht gespielt hat. Und er hat ja auch noch Teile der Saison verpasst. Also reine Total-Numbers war er auf dem geteilten zweiten Platz. Football-Outsiders hat es aus einem anderen Blickwinkel aufgedröselt. Danach hatte Miami die höchste RPO-Quote pro Pass in der NFL letztes Jahr. Und trotzdem hatte Tua ja noch einiges an Fehlern drin und natürlich relativ wenige Big Plays und so weiter. Weil halt ganz viele auf dieses ganz schnelle Pass verteilen, einen Read machen und dann entweder Ballübergabe oder halt Ball werfen. Ich hatte letztes Jahr, Ende letzten Jahres, hatte ich mal ein paar Video-Ausschnitte auch gepostet auf Twitter. Ich hab's jetzt auch noch mal geteilt, findet ihr also jetzt in meiner Timeline, zu dieser Offense. Und es ist schon eklatant, was für eine Gimmick-Offense das eigentlich war. Vor allem auch für keine Offense, die großartig Dinge weiter ausgebaut hat oder wo irgendwie die Konzepte, Weiterentwicklungen vorbereitet haben, solche Geschichten. Und das wird sich deutlich ändern. Mit Mike McDaniel, mit der Shannon-Offense. Keine Offense ist ansatzweise so gut, was Sequencing angeht, also dieses Aufbauen von Plays aufeinander. RPOs, denke ich, tatsächlich werden weitestgehend Geschichte sein. Die gibt's eigentlich nicht so wirklich in dieser Offense. Stattdessen eben das Outside-Zone-Run-Game, das Play-Action-Pass-Spiel dazu. Was ja dann einfach eine andere Geschichte ist als die RPOs. Und deswegen, da ist ja der Übergang vielleicht auch, deswegen bin ich halt auch gespannt, wie das mit Tua funktioniert. Bei RPOs liest der Quarterback in aller Regel ja ein Verteidiger oder ein Bereich des Feldes. Und dann ist es meistens gar nicht so schwierig. Also der Reed, ist der Reed positiv, wirft er den Ball, ist der Reed negativ, übergibt er an den Running Back. Jetzt mal ein bisschen vereinfacht zusammengefasst. Er ist auf jeden Fall nicht wahnsinnig komplex für den Quarterback. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass du das ganze Feld lesen musst, die ganze Defense lesen musst. Und der Ball ist halt auch meistens schnell raus und du hast ein Pre-Snap klar definiertes Target. Was die Shanahan-Offense aber von ihrem Quarterback fordert, ist zum einen mal das Auslesen von Play-Action-Konzepten, aber vor allem auch das Attackieren der Mitte des Feldes im Dropback-Passing-Game. Das, was ich eben schon bei Garoppolo und Zach Wilson bei dem Vergleich angesprochen hatte. Und das hat Tua quasi überhaupt nicht gemacht letztes Jahr. Also diese, einmal die Bereitschaft in denen, wo natürlich am meisten los ist, in den Bereich des Feldes zu werfen, als auch wirklich dieses, den Bereich des Feldes komplett lesen und die Defense da auseinandernehmen, das hat er nicht wirklich gemacht, weil er halt sich so auf diese RPOs gestützt hat und dann eben auch letztlich, wenn sie den Ball geworfen haben, außerhalb der RPOs ganz viel schnell nach außen, bald schnell loswerden. Die große Frage für jetzt eigentlich wirklich die weitere sportliche Zukunft der Dolphins, ist eigentlich so ein klassisches Henne-Ei-Problem. War die Offense so eindimensional, weil Tua es nicht anders kann? Oder musste Tua so spielen, weil die Offense herum nichts anderes konnte? Also sprich, war die Line so mies, dass nichts anderes möglich war mit dieser Offense? Dann sollte sich mit Mike Medailliel einiges ändern können. Aber falls Tua's Limitierungen zu groß sind, dann wird der nie mehr werden als so ein Mid-Level-Game-Manager. Mit dem Ceiling von einem Jimmy Garoppolo. Und aktuell, weiß ich nicht, wie du es siehst, aktuell würde ich sagen, dass Tua noch nicht gezeigt hat, dass er ein Game-Manager auf dem Level sein kann, das Jimmy Garoppolo schon gezeigt hat, spezifisch innerhalb dieser Offense. Nee, bislang noch nicht. Also dafür brauchst du, für einen Game-Manager brauchst du weniger Turnover-worthy-Plays, als er gezeigt hat. Also da ist er ja weit über Ligaschnitt. Für mich ist ein guter Game-Manager einer, der halt aus einer sauberen Pocket gut spielt, der unter Druck jetzt kein Magier ist, aber halt gleichzeitig nicht zu riskant mit dem Ball umgeht, nicht zu viele Turnover-worthy-Plays mit drin hat. Klar, die Big-Plays sind dann eher weniger, aber trotzdem ... Und der die Offense umsetzen kann. Genau, und der die Offense umsetzen kann. Und das ist diese Henne-Ei-Frage. War die Offense so, weil das ist halt das, was Tua am besten umsetzen kann? Oder haben sie Tua in diese Offense reingezwungen, weil halt das Drumherum einfach so schlecht war? Also vor allem die Offense-Fly. Hm. Ja, aber dann lass uns doch ... Also das ist halt schwierig zu beantworten. Genau, das werden wir sehen. Das müssen wir sehen, aber wir können natürlich über die Umstände sprechen und machen das natürlich auch wie bei jedem Team. Weil wenn die besser werden, ist natürlich die Chance größer, dass er auch mehr zeigen kann. Du hast jetzt gerade die Protection schon angesprochen. Natürlich ist Taron Armstead da das große Signing, einer der besten Tackles der Liga. Allerdings auch einer, der nicht so häufig durchgespielt hat. Wie schätzt du die Line ein? Also zum einen so ein bisschen das, was wir bei den Jets in der Secondary gesagt haben. Massive Upgrades für eine der zwei, drei schlechtesten Lines in der LFL letztes Jahr. Bei ESPN hat sie bei seiner Pass-Block-Win-Rate auf dem letzten Platz. PFF hatte Miami in puncto Pass-Blocking-Rate auf dem letzten Platz. Also viel schlechter ging's schon nicht, als das, was sie da gezeigt haben. Ich sag ja auch immer eigentlich in der Offensive Line, dass ich halt vom Roster-Building-Aspekt her eher auf fünf solide Optionen gehen würde, als jetzt Geld in den einen Superstar zu investieren. Dolphins haben so ein bisschen von beidem gemacht in dieser Offseason. Armstead ist natürlich der Superstar. Conor Williams ist der solide Spieler, der eine Schwachstelle klar aufwertet. Ich dachte ehrlicherweise, als sie Williams aus Dallas geholt haben, dass der einfach easy auf einen der Guard-Spots geht und fertig. Aber die Dolphins schalten mit ihm auf Center zu planen. Und sie testen ihn da zumindest. Mike McDaniel wurde vor ein paar Tagen dazu gefragt und hat gesagt, dass die Williams jetzt nicht mit der fixen Idee verpflichtet haben, dass er Center spielen soll. Aber dass sie da seine Qualitäten nach ihrer Analyse so am besten zur Geltung kommen sehen. Und weil er das bisher kaum gemacht hat, auf Center zu spielen, wollen sie ihn da jetzt testen in der Saisonvorbereitung. Wenn das klappt, wenn er da spielen kann und das gut macht, finde ich es insofern spannend, als dass es, glaube ich, die individuell bestmögliche Line-Kombination aufs Feld bringt. Weil dann hättest du Armstead links, Liam Eikenberg kann auf Guard, auf Left Guard gehen, Williams eben auf Center, Robert Hunt auf Right Guard. Und der Right Tackle-Spot ist dann so die eine potenzielle Schwachstelle. Austin Jackson ist da wahrscheinlich aktuell noch der Starter. Bisher hat er echt super wenig gezeigt, war ja auch ein Erstrunden-Pick vor einigen Jahren. Da würde ich nicht ausschließen, dass sich das im Laufe der Saison noch ändert, dass dann doch irgendwie Robert Hunt noch mal raus auf Tackle, sie haben auch noch ein paar jüngere, später gedraftete Tackles aus den letzten zwei Drafts, dass da jemand dann irgendwie da einspringt. Für Austin Jackson, glaube ich, geht es tatsächlich auch um die Zukunft in Miami. Ich würde halt trotzdem sagen, eine potenzielle Schwachstelle in der Line zu haben, ist halt ein Quantensprung zu dem, was Miami letztes Jahr hatte. Also du erwartest deutlich mehr Protection? Deutlich mehr Protection, genau, und auch besseres Runblocking. Was auch eine große Rolle spielen wird, dann können wir direkt dahin gehen, weil auch hier, ähnlich wie bei den Jets natürlich, hier kommt der Head Coach, der offensive Coach aus dem Shanahan Tree von den 49ers, natürlich wird das Run-Game eine große Rolle spielen und auch hier kann man dem Geld folgen, sozusagen. Denn man hat gleich drei Running-Backs geholt, obwohl man eigentlich mit Miles Gaskin ja einen ganz guten Glücksgriff mal gelandet hat. Aber Chase Edmonds von den Cardinals, Raheem Mostert auch direkt von den 49ers und Sonny Michel kommt von den Rams. Plus noch Alec Ingolden, Fullback. Also wir sehen auf jeden Fall, wo die Reise hingehen soll. Man will teilweise auch mit zwei Backs wahrscheinlich dann spielen halt mit dem Fullback, wie es Shanahan auch bei den 49ers macht. Und man will vor allem Dynamik und Explosivität auf der Running-Back-Position. Tja, also wenn wir es zusammennehmen, es gibt, glaube ich, keine schnellere Skill-Position-Gruppe in der NFL, oder? Als die Dolphins. Also Warden und Hill natürlich. Genau. Also Cedric Wilson ist jetzt auch nicht langsam. Cedric Wilson ist auch nicht langsam. Mike Gesicki ist für den Tidant auch nicht langsam. Ja, stimmt. Und Edmonds und Mostert, das ist vielleicht das schnellste Running-Back-Duo in der NFL. Also wenn sie nicht eins sind, dann sind sie wahrscheinlich irgendwie Top 3 oder so was. Das ist schon beeindruckend. Und wir kennen das ja von Shannon, dass er gerade im Backfield auch gerne auf Speed geht. Was dir auch Sinn ergibt. Wenn du ein Scheme hast, das besser als jeder andere Offens in der NFL, Räume im Run-Game kreiert, um eben zunächst horizontal zu blocken und dann eben deinem Running-Back einen vertikalen Cut zu ermöglichen. Dann willst du natürlich auch Banks haben, die aus diesen Räumen idealerweise halt nicht nur 10 Yards holen, sondern 30 oder 40 Yards. Diese Fixierung auf Speed, auf Wide Receiver ist jetzt zumindest nicht so typisch Shanahan. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das zusammensetzt. Da müssen wir dann auch gleich auf die Receiver im Detail gucken. Aber vom Backfield und vom Run-Game generell erwarte ich schon einiges in Miami. Nicht nur im Vergleich zu letztem Jahr, sondern das ist halt wirklich, wie wir es von dieser Offense kennen, ein Teil der Identität dieser Offense sein wird. Ja, ich bin auch sehr gespannt, vor allem auf Raheem Moses hat, ob er nach der nächsten Verletzung noch mal wieder zurückkommen kann. Wenn ja, dann wird er eine große Rolle spielen. Chase Edmonds hat aber auch gezeigt, was er drauf hat bei den Cardinals. Sonny Michel ist solide. Wahrscheinlich wird der so, ja, Red Zone, Goal-Line-Work vielleicht oder Short-Yardage-Kram übernehmen. Ist halt einfach ein sehr cleverer Runner. Bringt nicht ganz die Dynamik mehr mit. So, finde ich, wie die anderen beiden. Aber trotzdem wird der seine Carries bekommen. Miles Geskin, für mich als Dynasty-Owner von Miles Geskin, natürlich absolute Katastrophe, was da passiert ist. Da musst du fast hoffen, dass der noch mal anders unterkommt. Ja, sonst kannst du den kicken. Aber dann lass uns doch mal zu den restlichen Playmakern gehen. Natürlich Tyree Kill, der große Trade, die große Verpflichtung. Und halt, wie du schon gesagt hast, super spannend, weil typmäßig Jalen Waddle und Tyree Kill sind schon sehr nah beieinander. Ja, ich würde da sogar Wilson noch mit reinnehmen, weil ich zunächst mal gespannt bin, wo sie die hinstellen, ehrlicherweise. Weil das sind alle Slot-Receiver im Kern. Also, natürlich ist Waddle und Tyree Kill jetzt nicht nur Slot-Receiver. Aber Waddle war letztes Jahr 60% von seinen Snaps im Slot. Tyree Kill war 53% von seinen Snaps im Slot. Und Wilson hat, das ist ein reiner Slot-Receiver. Die letzten beiden Jahre über 90% immer im Slot gespielt in Dallas. Und das sind die drei Starting-Receiver in Miami. Devante Parker ist ja weg, den haben sie nach New England geschickt. Das sind aber halt eigentlich drei Receiver, die alle am besten im Slot funktionieren oder am gefährlichsten im Slot sind. Und deswegen bin ich da schon gespannt, wie sie die dann rumschieben und wie sie die dann genau die Aufgabenteilung da, wie das dann aussieht. Ich auch, das meinte ich nämlich eben, weil die alle so ähnlich sind. Aber du hast Mike Gesicki, den man ja auch häufig mal als wirklich quasi den Outside-Receiver gesehen hat bei den Dolphins. Der ja auch wirklich, ja, fast ein Hybrid ist, mehr oder weniger. Sehr dynamischer, athletischer Receiving-Tight-End. Also, ich kann mir vorstellen, dass es da auch noch weiterhin in die Richtung geht, dass Mike Gesicki, der in Anführungszeichen Outside-Receiver, sein wird. Könnte ich, also, vielleicht da noch einen kurzen Einwurf, dann können wir Gesicki auch abhaken, weil ich mir das auch notiert hatte. Ich fand es nämlich kurios eigentlich, dass sie den gehalten haben, weil eigentlich mein erster Instinkt war, als ich gesehen habe, okay, die holen einen Shanahan-Coach, dass Gesicki eigentlich so wirklich eine Rolle hat in der Offense, weil er halt kein Blocker ist. Und an sich willst du von einem ... Also, in dieser Offense brauchst du halt eigentlich vor allem Tidend und auch so, ja, Fullback-mäßig, brauchst du ja Leute, die Inline blocken können. Und Gesicki ist halt eigentlich eher ein großer Receiver. Ob sie jetzt ... Also, er arbeitet da jetzt natürlich auch diese Offense, die sind wohl dran am Blocking und so. Ob sie ihn in diese Rolle so ein bisschen reinschieben wollen, oder ob halt, was du gerade gesagt hast, wirklich zutrifft, dass er so was wie der Ex-Receiver in dieser Offense wird. Ja, wie gesagt, das war so mein Bauchgefühl. Weil, wer sonst? Du hast ja schon ein paar der anderen Namen angesprochen. Preston Williams sah mal kurzzeitig so aus, als könnte er so ein Receiver werden. Was ist mit Eric Izu-Kanma? Viertrunden-Pick aus diesem Jahr? Der hat eine Physis. Ich meine, das war tatsächlich einer, den ich ein bisschen höher hatte als manche andere. Aber halt auch ... Also, für so eine physische ... Ich würde es mal Possession-Receiver, Yards-of-the-Catch-Receiver-Rolle beschreiben. Jetzt nicht dein klassischer Ex. Der zweite Mo Sanu in dieser Offense. Ja, so ein bisschen. Aber was glaubst du denn, wie es am Ende aussehen wird? Hast du ein Gefühl? Ich glaub, sie werden die halt super viel rumschieben. Und ich frag mich halt schon auch tatsächlich, wie viel wir wirklich drei Wide Receiver auf dem Feld haben werden. Oder ob das halt dann nicht doch wieder so wird. Du hast den Fullback vorhin schon angesprochen. Ähm, da hast du ja irgendwie, keine Ahnung, 40 Prozent 21-Personnel bekommen. Mit dem Fullback auf dem Feld. Und dann hast du ja schon mal ... Da ist ja schon mal fast die Hälfte der Offense. Ist dann halt irgendwie nicht ... Ist nicht mit drei Receivern. Und dann hast du halt Hill und Waddle, die du halt rumschiebst. Und wo du guckst, wer bessere Match-Ups hat. Was sich auf jeden Fall ändern wird mit dieser Gruppe. Egal, in welcher Zusammensetzung sie auf dem Feld steht. Tour hatte letztes Jahr im Schnitt 4,6 Yards nach dem Catch-Pro-Completion. Das war der drittschlechteste Wert unter allen Startern. Garoppolo hat die Liga angeführt mit 6,5 Yards nach dem Catch-Pro-Completion. Also fast zwei volle Yards mehr. Das ist, glaub ich, das, wo die Offense hingehen wird. Und das wird halt auch die spannende Diskussion am Ende sein. Oder nach dieser Saison sein. Falls jetzt Tour nicht irgendwie offensichtlich, riesige Sprünge macht. Seine Zahlen werden halt deutlich besser aussehen. Heißt das aber auch, dass er als Spieler sich entsprechend entwickelt hat? Oder ist es halt einfach die Offense, die ihn besser aussehen lässt? Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das eine Diskussion ist, die wir nach der Saison und während der Saison wahrscheinlich auch schon rund um Tour führen. Und vor allem muss Jalen Waddle nicht mehr alles alleine machen. Ich hab mir noch mal meine Notizen aus der vergangenen Saison angeschaut. Ich weiß nicht, wie oft ich mir notiert hab, so Jalen Waddle, der Einzige in dieser Offensee, der den Ball konstant bewegen kann, der die Plays machen kann. Und wenn du halt einen Tyreek ... Ich glaube, dass Jalen Waddle auch noch mal einen Sprung machen kann. Gut möglich, ja. Wenn er nicht mehr alleine ist. Also das wird sehr, sehr interessant, wie ich gesagt hab, eine der spannendsten Offenses der Liga. Du willst letztlich auch ein wichtiges Ziel sein für diese Offense, damit sie so funktioniert, dass gerade auch Tour und dann eben im Verbund mit diesen Waffen, aber das Tour zeigt, dass er die halt auch vertikal einsetzen kann. Da ist Defenses das halt mehr respektieren. Erreichten seine Bälle überhaupt Tyreek Hill? So, das ist jetzt halt ein bisschen überspitzt formuliert, aber im Kern, das müssen sie halt beweisen, weil das war letztes Jahr eben nicht so. Und wieder bei der Henne-Ei-Thematik war das so, weil die Line so mies war. Tour hat gedacht, ich kann eh nicht tief gehen, ich hab eh keine Zeit. Oder die ganze Offense war halt nicht so aufgebaut. Gehen wir lieber viel kurz, viel kurz, viel kurz. Darauf reagieren Defenses natürlich. Und dann spielen sie viel Man-Coverage gegen dich. Ich glaub, Dolphins hatten eine der höchsten Man-Coverage-Quoten gegen sich. Weil Defenses halt wussten, wir müssen jetzt nicht die tiefe Bombe befürchten. Wo wir halt sehen, wenn es gegen Patrick Mahomes, Josh Allen geht, dann spielt jeder mit zwei tiefen Safeties und ist vorsichtig und wartet ab. Und diesen Respekt in gewisser Weise, den müssen sie sich halt verdienen mit diesen Receivern, die sie jetzt haben, mit der Offense-Flying, die sie jetzt haben. Und jetzt liegt es halt an Tour. Ja, und es liegt natürlich auch irgendwo dann an der Defense, ob sie das Niveau aus der zweiten Saisonhälfte halten kann. Das war insgesamt, glaub ich, kann man so sagen, die Top-10-Defense übers Jahr gesehen. Und vor allem dann halt in dieser zweiten Hälfte. Sehr, sehr stark gewesen. Bei sieben von den neun Siegen insgesamt die gegnerische Offense unter 20 Punkten gehalten. Und was ich interessant finde, so grundsätzlich, man hat jetzt irgendwie einen Regimewechsel, aber keinen neuen Defensive Coordinator. Aber jetzt hast du halt nicht mehr den defensiv orientierten Head Coach, mehr Verantwortung für Joshua Boyer, der der Defensive Coordinator ist. Gleichzeitig bleibt in dieser Defense fast das gesamte Personal gleich. Ja. Was können wir denn da erwarten? Also, schematisch, strukturell die gleiche Richtung. Ich mein, Boyer, der war ja auch nicht erst seit drei Tagen mit Flores zusammen, sondern der war schon zwölf Jahre bei den Patriots, genau. Und dann ist er mit Flores nach Miami gegangen. Also, der war jetzt schon eine ganze Weile da. War jetzt auch schon zwei Jahre lang Defensive Coordinator. War auch zwischendurch der Playcaller, auch wenn Flores das letztes Jahr irgendwann wieder übernommen hatte, dann vom Grundsatz her ähnliche Richtung. Das heißt, die Dolphins werden wahrscheinlich keine der Defenses sein, die viel Zone-Coverage spielt, viel Tour-High-Strukturen, so die ihre Identität aufbaut. Sondern ich erwarte, dass es eine Defense bleibt, die blitzt, die Man-Coverage spielt, die aggressiv sein will. Und die ja letztlich auch irgendwo, vor allem in der Secondary, die Spieler dafür hat. Ja, total. Also, wenn wir da aufs Personal gucken. Du hast natürlich defensiv die, oder in der Secondary, die teuren Cornerbacks. Salvin Howard, Byron Jones. Natürlich auch noch den ein oder anderen Draft-Pick wie Noah Iqbin-Norgini von vor zwei Jahren, den man in der ersten Runde gedraftet hat. Plus gute Safeties. Aber du kannst da mal im Detail drüber gehen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen in dieser Defense. Also, was die Secondary angeht, hast du eigentlich kaum eine Schwäche. Der zweite Safety-Spot vielleicht am ehesten. Javon Holland hatte ja eine richtig gute Rookie-Saison. Ja. Ich würde sagen, es ist, wenn nicht das Beste, eines der drei, vier besten Cornerback-Duos der Liga. Plus dazu ist ja noch Nick Needham im Slot eigentlich ganz gut etabliert. Das ist eigentlich wirklich ein Trio schon mittlerweile. Und das ist halt die Grundlage dafür, dass du man-heavy sein kannst, dass du blitzen kannst. Wenn die alle fit sind in der Secondary, sollte Miami eine Top-Coverage-Unit haben. Und dadurch gewinnst du eben die schematischen Freiheiten, um in der Front entsprechend auch aggressiv zu spielen und deinen Pass-Rush einerseits zu unterstützen, andererseits eben auch deinen Pass-Rushern selbst 1-gegen-1-Match-Ups zu verschaffen. Ja. Auf jeden Fall. Und dann ... Finde ich aber die Front eigentlich ganz spannend. Es verändert sich nicht so viel, aber es gibt da so ein, zwei Leute, auf die ich sehr gespannt bin. Einfach natürlich Jalen Phillips, der nach langer, langer Zeit mal auch wieder eine ganze Saison lang gespielt hat, war jetzt noch nicht berauschend. Aber das ist für mich so ein Breakout-Kandidat, wenn der jetzt in seiner zweiten NFL-Saison vielleicht auch noch mal einen Schritt macht. Ja, ich hätte mir ... Also, wenn ihr uns letztes Jahr auch schon gehört habt, wir waren ja beide relativ hoch bei ihm vor dem Draft. Ja, aber relativ hoch ist gut. Nummer 1-Edge-Rusher gewesen in der Klasse. Ja, war ich, glaube, auch im Top-Ten auf meinem Big Board insgesamt. Ich hätte natürlich gerne schon mehr gesehen als Rookie, ganz klar. Das stimmt, ja. Kann mir aber auch vorstellen, dass er halt ... Dass er vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat als andere, um sich das so richtig zu akklimatisieren. Und gerade für ihn mag ich diesen Move, Melvin Ingram zu holen, der diese Rotation einfach besser macht. Und, glaube ich, für alle, die Arbeit so ein bisschen leichter machen wird. Jetzt haben sie Ingram, Phillips und Emmanuel Ogba natürlich auch. Und das ist schon echt eine ganz gute Rotation, mit eben der Upside, die Phillips ja nach wie vor mitbringt. Das ist eine Gruppe, von der, wo ich jetzt sagen würde ... Also, das ist keine Gruppe, wo ich sage, da will ich, dass die meine Defense trägt. Aber in der Defense, wo sie strukturell wahrscheinlich viele 1-gegen-1-Matchups kriegen können, viele sich auf starke Coverage verlassen können, also, da kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Unit ist, die einen echten Impact hat. Und dann Interior Line war ja letztes Jahr schon gar nicht so schlecht. Wilkins hat sich in einen echt soliden Spieler entwickelt. Zach Siele hatte ja so eine kleine Breakout-Saison, so ein bisschen, der kann innen und außen spielen. Also, da ist dann auch ein bisschen Flexibilität mit drin. Ich ... Habe sogar noch mal nachgeschaut. Zehn Spieler letztes Jahr hatten über 90 Pass-Rush-Snaps für die Dolphins. Also, sie bringen halt auch wirklich Spieler aus allen Richtungen. Jerome Baker, der Linebacker, ist so der primäre Blitzer. Safeties blitzen sie immer wieder gern. Holland, auch einer davon. Da denke ich schon, dass es in die Richtung auch weitergeht. Und ehrlicherweise, ja, ich weiß, der schematische Trend geht halt in andere Richtungen. Wir sehen, wie die Fans es mehr schaffen, auch ein bisschen in eine andere Richtung sich zu entwickeln und so ein bisschen das Heft des Handelns wieder mehr in die Hand zu bekommen. Aber mit dem Personal, was Miami hat, ja, das ist halt ehrlicherweise auch ein bisschen Quatsch, glaube ich. Also, ich glaube schon, dass deine Kernidentität dieses Spiel, wir bleiben aggressiv, wir sind ein Team, was mancovern kann, dass du schon in der Richtung bleibst. Natürlich nicht nur das machst, aber dass das ein wesentlicher Teil von deiner defensiven Identität ist. Aber grundsätzlich, wie glaubst du, wird diese Defense abschneiden? Also, das war natürlich schon beeindruckend dann in der zweiten Saisonhälfte. Aber glaubst du, sie können das Niveau halten und dann wieder da in den Top Ten mit rumfuschen? Ich meine, das war halt auch, was ich ja vorhin gesagt hatte, das war schon gegen einige echt miese Quarterbacks, die sie da hatten in der Zeit. Ich sag mal so, ich hatte sie jetzt nicht in meinem Top Ten-Defense-Ranking, aber so erweitert hätte ich sie wahrscheinlich mit drin. Also, ich sehe sie so irgendwo um zwölf in der Ecke ungefähr. Ich glaub, da würde ich sie einsortieren, so elf, zwölf, dreizehn, grob in der Range. Das ist, denk ich, eine einigermaßen realistische Range. Und Miami wird wahrscheinlich halt auch ein Team sein, das in manchen Spielen Offenses komplett zerstört. Und aber auch in manchen Spielen halt gegen richtig starke Offenses mit drei, vier guten Receivern dann halt auch gewisse Grenzen aufgezeigt kriegt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube auch, dass die Defense gut sein wird. Und in der Offense sieht das natürlich alles flashy aus, vor allem mit Tyreek Hill, mit Armstead. Aber ich werd irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass das im ersten Jahr mit Mike McDaniel noch nicht so richtig gut funktioniert. Also, das Enttäuschungspotenzial ist für mich größer als vieles andere. Ich glaube nicht, dass die schlecht sein werden. Ich hab sie letztes Jahr maßlos unterschätzt. Aber es hat sich jetzt sehr, sehr viel geändert. Und wir haben auch schon häufiger gesehen, dass so ein junger Headcoach auch ein bisschen Anlaufzeit braucht, dass ich das finden muss. Tua muss auch individuell diesen Sprung machen. Das ist natürlich einfacher auch. Wie für Zach Wilson. Wenn die Umstände besser sind, dann wird's einfacher. Aber ich finde das, was du angesprochen hast mit, ja, du hast den Speed für die Tiefe, aber hast du halt auch den Quarterback und den Arm für die Tiefe. Das will ich alles erst mal noch sehen. Ich glaube, das wird, ich kann mir vorstellen, das wird wieder so ein Stotterstart in die Saison und hinten raus wird man immer besser, wenn sich das alles findet. Aber ich, boah, ich sehe die nicht mehr Siege holen als letztes Jahr. Ja, ich meine, sie hatten halt echt diesen Run mit diesen ... Ja, eben. Das darf man auch nicht vergessen. Das sieht halt besser aus. Genau. Sieht deutlich besser aus, als er war. Natürlich hat man sich jetzt auch noch verbessert auf manchen Positionen. Aber wie gesagt, dafür gibt's andere Fragezeichen. Ich hab sie in der Range wieder. Also ich hab sie wieder bei ... Wir hatten ja neun Siege letztes Jahr. Da sehe ich sie ungefähr wieder. Ich bin gespannt. Und bin gespannt. Ich glaube, da werden die Erwartungen zu hoch sein bei den Dolphins. Und es ist für mich ein Team, was auch eine Enttäuschung werden kann am Ende des Jahres. Jetzt kommen wir zu einer Überraschung des letzten Jahres, den New England Patriots. Zumindest aus meiner Sicht. Also ich hab nicht erwartet, dass die am Ende in den Playoffs landen. Mit 10 und 7 in die Playoffs gekommen. Mit McJones, der deutlich besser gespielt hat als gedacht, zumindest zeitweise. Mit Receivern, die besser gespielt haben als gedacht. Allerdings finde ich auch, dass der Trend der Patriots insgesamt zum Ende der Saison so ein bisschen in die falsche Richtung gezeigt hat. Jetzt gab's eine Off-Season, die war nicht ganz so wild wie die davor. Ein, zwei neue Gesichter gibt es. Ich glaube, wenn wir auf die Offense schauen, ist natürlich das Wichtigste, dass man seit Ewigkeiten mal einen neuen Offensive-Coordinator braucht, hat Fragezeichen ... Ich verstehe die Situation da nicht so ganz. Offensive-Coordinator bei den Patriots. Ja, das ist ... Also ich kann dir erklären, wie die Situation jetzt offiziell aussieht. Ich kann dir nicht erklären, was der genaue Plan dahinter ist. Offiziell hab ich's auch gelesen. Ja, ja, das ist ja auch wirklich ... Also, seien wir ehrlich, bei jedem anderen Coach als Belichick würde das viel, 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 viel kritischer betrachtet werden in der Öffentlichkeit von außen. Sie verlieren einen wirklich guten Offensive-Coordinator mit Josh McDaniels, der natürlich auch der Coach war, der McJones in dessen erste NFL-Saison geprägt hat, an die Hand genommen hat, rangeführt hat. Und nicht nur gibt's keinen neuen Offensive-Coordinator in dem Sinne, sondern ... Und sie haben ja auch keinen ... Sie haben auch keinen jungen, aufstrebenden Coach, wo man jetzt sagt, der springt da ein, der führt das jetzt weiter und so. Sondern sie holen halt Matt Patricia und Joe Judge als offensiven Braintrust, ich weiß es nicht, zurück. Mit Patricia als vermutlich ... Also mutmaßlich im offensiven Playcaller. Danach sieht's aktuell aus, dass Matt Patricia der Playcaller sein wird. Was für den natürlich auch ein neuer Posten ist. Der war jetzt 15 Jahre lang auf der defensiven Seite. Hat schon mal ein bisschen O-Line gecoacht. Also er hat zumindest ein bisschen mal schon Offense gemacht. Das ist aber halt ... Das war 2005. Also das ist auch schon ein paar Tage her. Judge wird derjenige sein, der in erster Linie mit McJones arbeitet. Der ist auch offiziell der Quarterbacks-Coach. Aber dementsprechend wissen wir halt auch noch nicht so wirklich, was die planen. Wie gut sind die In-Game-Adjustments? Wie gut sind die darin, sich auf spezifische Gegner vorzubereiten? Wie gut sind die darin, McJones weiterzubringen? Das ist schon wild. Und wie gesagt, bei jedem anderen Head-Coach als Belichick, glaube ich, wäre so die Betrachtung von außen eine ganz, ganz andere. Ich weiß nicht, ob das eine ganz, ganz andere bei mir ist. Ich sehe das sehr kritisch. Also, wer leitet denn diese Offense? Natürlich ist die Baseline mit einem Bill Belichick immer noch da und hoch. Aber wenn das jetzt eine Offense wäre, die vor Talent und Qualität nur so strotzt, eine Sache. Tut sie aber nicht in meinen Augen. Hat sie letztes Jahr nicht und tut sie auch dieses Jahr nicht. Also, es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie man mit diesen Receivern zeitweise so gut aussehen konnte. Devontae Parker kommt jetzt mit dazu. Aber auch da hält sich meine Euphorie so ein bisschen in Grenzen. Das ist ein guter, aber kein großartiger Receiver. Und damit passt er da irgendwie auch perfekt zum Rest. Aber man hat auch immerhin mal einen Second-Round-Pick investiert. Was kann man von Taequann Thornton erwarten da, was die Pass-Catcher angeht? Also, wenn du mich fragst, schon ein bisschen was. Weil das ist noch mal so ein Spieler, bei dem ich ein Stück höher war als der Konsens. Speedster, ganz klar. Diese ist ja die Rolle, die sie für Nelson Aguilar eigentlich ... Oder wo sie Nelson Aguilar für vorgesehen hatten. Thornton bringt auch mal mehr Speed, mehr Explosivität auch mit. Ich glaub, Parker in erster Linie soll halt der Ex-Receiver-Jumpball-Contested-Catch-Receiver sein, der vielleicht mal in der Idee eine Keel-Harry werden sollte. Das Experiment haben sie ja jetzt auch beendet mit dem Trade nach Chicago. Und ich glaub, das könnte auch funktionieren. Weil Mac Jones ist ein akkurater Passer. Ich glaub, dass der eben die Bälle da auch schon hoch hinlegen kann. Jacoby Myers ist halt der Spieler, den sie rumbewegen, der in den Slot kann, der nach außen kann, der das konstanteste Target sein wird. Der hat der letzte Jahr ja auch 130 Targets. Kein anderer bei den Patriots hatte mehr als 80. Also, ich find, was mir aufgefallen ist, als ich dieses Team dann angeschaut hab, oder diese Receiving-Gruppe insgesamt, ja, du hast schon recht, das ist irgendwie viel, ist so good, not great. Kein Super-Sides drin, wo man sagt, der ist irgendwie der Dreh- und Angelpunkt. Aber ich fand, auffällig ist schon die Flexibilität, wie viel sie machen können. Also, sie haben halt zweimal jetzt diese physischen Receiver mit Parker und mit Kendrick Bourne. Myers, wie gesagt, so ein bisschen der Chain-Mover. Sie haben Thornton für den Speed, sie haben Aguilar für den Speed. Sie haben immer noch diese zwei Titans. Und da vermute ich zum Beispiel, dass es da einen klaren Shift geben wird. Letztes Jahr die Patriots haben echt wenig 12-Personal gespielt. 14 Prozent von ihren Snaps. Das war nicht mal ansatzweise Ligaschnitt. Nachdem sie ja da auch vorhin in der Off-Season das ganze Geld in diese beiden Titans gesteckt hatten. Deswegen denke ich, dass es deutlich mehr in diese Richtung gehen wird. Was sie ja gemacht haben, ist über 20 Prozent 21-Personal gespielt. Also viel mit dem Fullback auf dem Platz. Das wird sich ändern. Das haben wir Jakob Johnson uns ja gehen gelassen. Der ist mit Josh McDaniels zu den Raiders. Sie haben keinen Fullback im Team. Und Johnson hat auch gesagt, dass es für ihn kein Angebot von den Patriots gab, weil die Patriots mit dieser Rolle nicht mehr planen. Und das ist dann ja schon eine deutliche Veränderung, wenn ein Viertel von der Offense letztes Jahr 21-Personal war. Sprich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mehr zwei Tideinsets bekommen. Dass wir mehr ... Vielleicht auch so in die Richtung wirklich ... Wir wollen noch mehr ... Wir wollen noch flexibler sein in der Art und Weise, wie wir Defenses attackieren. Und im Trainingcamp jetzt, das ist auch ganz spannend, arbeiten sie wirklich auch mehr mit Zone-Blocking, mehr mit engen Formationen, Play-Action daraus. Also so ein bisschen die McVay-Shanahan-Richtung. Eher McVay noch Richtung. Und das ist schon ein ziemlicher Shift, den sie da machen. Weil die Patriots ja auch die letzten Jahre eigentlich immer viel Power gelaufen sind. Viel eben Man-Blocking, Fullback, durch die Mitte. Und das klingt so ein bisschen so, als würden sie sich da auch umstellen. Was glaubst du, warum machen sie das? Um McJones' Leben einfacher zu machen? Oder glaubst du, das kommt ihm überhaupt entgegen? Ja, ich glaub schon, dass es ... Doch, ich denke schon, dass McJones' entgegenkommt. Weil McJones kann ich mir schon in so einer ... Den Vergleich haben wir jetzt irgendwie heute häufiger. Aber in so einer Garoppolo-Rolle vorstellen. Weil er ist ja auch in der Hinsicht schon weiter, find ich, als Tour zum Beispiel, dass er eben aus der Pocket deutlich besser funktioniert. Also dass er halt auch kein Problem damit hatte, die Mitte des Feldes zum Beispiel anzuspielen. Hatte ich auch in der Rookie-Review-Folge drüber gesprochen. Weil das halt für Rookie-Quarterbacks auch nicht so gewöhnlich ist. Also viele haben am Anfang noch so ein bisschen Probleme, den Ball dahin zu werfen, weil da halt einfach super viel Traffic ist. Super viel verschiebt, bewegt die ganze Zeit. Und McJones hat das echt schon relativ routiniert gemacht. Ist dann bei ihm sind es andere Fragen. Ist die Upside da? Kann er eine Offense wirklich auch tragen und so weiter? Aber ich glaub schon, dass ein Shift in die Richtung mehr so diese Shanahan-Ecke, McVay-Ecke, dass es ihm helfen kann. Dass es ihm helfen kann, mehr noch auch die Big Plays über das Scheme zu bekommen. Und sie haben an sich die Spieler schon auch dafür. Aber wer koordiniert das Ganze? Ja, das ist halt die große Frage. Und das lässt mich auch immer, bei der Vorbereitung jetzt auch auf die Patriots, hat mich das immer wieder so ein bisschen zurückgelassen, dass ich überlegt hab, wie genau setzen sie das um? Die Idee kann ich absolut verstehen und die Idee kann ich absolut auch mir vorstellen. Aber wer installiert das? Wer hat die Erfahrung, damit dieses Scheme aufzubauen? Das ist schon ... Das ist eine superkuriose Situation eigentlich. Total. Ich glaub, die Offensive Line fehlt noch so ein bisschen. Da, ja, also vier von fünf Spots, glaub ich, weiß man ungefähr, was man bekommt. Aber ein No-Name ist dabei. First-Round-Pick, Cole Strange. Könnte sein, dass er direkt startet, ne? Davon geh ich aus, ja. Auch die Patriots werden ihre Tackles übrigens switchen. Trent Brown soll auf die linke Seite gehen und Isaiah Wynn auf die rechte Seite. So haben sie das auch im Minicamp gemacht und im Trainingcamp. Also das scheint der Plan zu sein. Die Guards sind dann eben Michael Onwenu und Cole Strange. Und David Andrews auf Center ist eh klar. Es ist immer noch eine physische Line mit Strange. Und das passt halt auch so ein bisschen in diese Richtung. Was die Offense-Entwicklung angeht. Mit Strange haben sie halt einen sehr, sehr athletischen Spieler sich geholt für die O-Line. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch einer ist, der da viel in Bewegung gebracht wird, im Raum arbeiten soll. Vielleicht auch noch mal so ein Hinweis darauf, dass sie gerne mehr auch nach außen laufen würden und vielleicht auch in die Outside-Zone-Richtung. Und dafür haben sie auf jeden Fall zwei Backs, die sie sehr gerne mögen. Mich hat so ein bisschen überrascht, also Ramondre Stevenson muss den irgendwas ... Also der kommt da bei denen so gut an. Ich mochte ihn im Pre-Draft nicht besonders. Damien Harris hat eine richtig gute Saison gespielt. Und jetzt hört man schon aus dem Training-Camp, Stevenson ist der, der überzeugt. Der soll mehr Carries bekommen. Aber gut, wir werden ein Committee sehen mit Damien Harris und Stevenson hinter einer guten Line. Das Run-Game, du hast es ja eben schon angesprochen, aber auch die Backs hat man eigentlich dafür. Also gerade mit Damien Harris finde ich einen sehr, sehr guten Runner. Ja, also da ... Da mache ich mir relativ wenig Sorgen um den Bereich von dem Ganzen. Ich glaube, da sind sie gut aufgestellt. Harris ist tatsächlich ein Back, wo ich sagen würde, der gefällt mir in der Power-Blocking-Offense noch ... Oder denke ich, dass er mir besser gefällt. Ich würde ihn dann gerne mal sehen in der richtigen Zone-Blocking-Offense, falls die wirklich in diese Ecke gehen. Aber an sich wird es funktionieren. Also da mache ich mir auch keine Sorgen. Müssen wir noch was in der Offense ansprechen? Sonst würde ich zur Defense kommen. Äh, nee. Ich glaube, wir können ... Die Tight Ends haben wir noch nicht angesprochen, aber es sind genau die gleichen wie letztes Jahr. Ja, genau. Du hast es vorhin gemeint, dass sie hatten so viel Geld dafür ausgegeben, dass ich ... Also eigentlich denke ich, dass wir die auch mehr zusammen auf dem Feld sehen werden. Glaube ich auch. Die Defense, da fall ich mal ins Haus mit einer Thesentür. JC Jacksons Abgang ist ein so großer Verlust, den man nicht kompensiert hat in meinen Augen, unter dem die Defense ganz schön leiden wird. Das ist eine gewagte These. Ey, ich habe ... Du, ich habe Kritik dafür bekommen, als ich immer wieder einen Cornerback in der ersten Runde zu den Patriots gemockt habe, im Sinne von, wieso, das reicht doch, was man hat. Ich glaube das nicht. Ich bin es ... Also, ich stimme dir grundsätzlich von der Qualität her natürlich zu. Wir haben über JC Jackson viel gesprochen während der Free Agency. Ihr wisst, dass ich den sehr mag. Ich bin es jetzt mal aus einem anderen Blickwinkel angegangen für diese Folge, für diese Preview. Die Patriots sind ja eigentlich traditionell eines der Man-Coverage-Teams. Also, immer die letzten fünf Jahre, wenn man guckt, waren sie eigentlich fast immer ganz weit oben mit dabei, mit wie viel Prozent sie Man-Coverage spielen, wie viel sie im Liga-Vergleich Man-Coverage spielen. Aber sie haben letztes Jahr schon ein bisschen angefangen, mehr Zone einzubauen. Und ich halte das zum einen für keinen Zufall, sondern vor allem auch für den Anfang von einem Trend. Und auch zumindest teilweise für eine Erklärung dafür, warum sie Jackson haben gehen lassen. Was sie nach wie vor haben als Rückgrat der Defense, ist eine richtig, richtig gute Safety-Gruppe. Eine der besten in der NFL. Und darauf wird, glaube ich, viel aufbauen. Kyle Dugger hat sich ganz gut entwickelt. McCory ist sowieso eine Bank. Adrian Phillips hat gut funktioniert in der Defense bisher. Sie haben Chip R. Peppers auch noch geholt. Das ist schon wirklich eine starke Gruppe und auch eine flexible Gruppe, wo du auch viel je nach Match-Up verändern kannst und verschiedene Leute reinbringen kannst. Auf Corner, wenn ich jetzt so eine Top-4, Top-5 machen würde, ist wahrscheinlich Jalen Mills, Malcolm Butler, Max Jones, Jonathan Jones und Terrence Mitchell. Das ist wahrscheinlich so die Top-5-Gruppe. Fehlt logischerweise der Nummer-1-Corder. Merkt man relativ schnell, wenn man die Namen durchgeht. Fehlt so der Fixpunkt, der Jackson eben war. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Patriots tatsächlich in diese Trendrichtung gehen. Dass die mehr Zone spielen, dass die mehr über die Safeties kommen, two high shells vor dem Snap zeigen, vielleicht auch drei Safety-Sets mit mehr einbauen. Dass sie, statt eben den Fokus auf die Cornerbacks zu richten, die Cornerbacks eher schematisch entlasten. Und das wäre dann halt auch hier eine krasse Veränderung eigentlich. Eine Patriots-Defense, die ein deutlich anderes Gesicht haben wird. Und ja, also ich ... Ich meine, das ist jetzt nur spekulativ und nur der Versuch, diese Sachen irgendwie so ein bisschen zu lesen und die Trends vom letzten Jahr so ein bisschen mit einfließen zu lassen bei den Patriots. Ich denke aber, dass es in diese Richtung gehen wird. Ich denke, dass es eine deutlich, deutlich andere Patriots-Defense strukturell-schematisch sein wird. Und dass der Jackson-Abgang ein klarer Fingerzeig darauf ist. Das ist ja irgendwie typisch Patriots, ne? Also selten, dass sie wirklich viel Geld dann halt gezahlt haben. Aber wenn, wenn dann ja halt Cornerbacks. Das ist halt das Ding. Gilmore, Daryl Rebis. Wenn, dann waren es ja eigentlich im letzten Jahr immer die Cornerbacks. Ja, JC Jackson hat die Anforderungen scheinbar nicht erfüllt. Aber er ist ja nicht der einzige Abgang, ne? Calvin Neu ist weg. Dante Hightower, gut, der hat jetzt nicht die beste Saison dabei, ist auch nicht mehr da. Ansonsten bleibt in der Front ja vieles so, wie es war. Erreicht das, um am Ende eine gute Defense aufs Feld zu bringen? Also letztes Jahr nach EPA ja doch am Ende wieder mal eine der Besseren. Mhm, ja. Front finde ich ... Also die Linebacker ist halt eine spannende Gruppe. Du hast jetzt ein paar Jahre schon angesprochen, Hightower wird neu. Dass sie da vielleicht auch in eine andere Richtung gehen. McWilson haben sie ja aus Cleveland geholt per Trade. Das ist ein anderer Linebacker-Typ. Bisschen kleiner, bisschen leichter. Javon Bentley ist jetzt nicht leichter unbedingt, aber auch eher jetzt im Vergleich vor allem zu den beiden. Hightower, wenn neu, so ein agilerer, der ja auch in Coverage besser ist, der sich im Raum besser bewegen kann. Wäre ja vielleicht auch so ein Hinweis darauf, dass sie versuchen, mehr in diesen Trend mit einzusteigen und mehr in die Richtung leichte Box, Linebacker, die viel im Raum arbeiten müssen. Nicht mehr diese physischen Linebacker, die viel Downhill arbeiten. Und theoretisch könnte man die Front halt auch in diese Richtung interpretieren. Sie haben, wenn man sich die Defensive Line so ein bisschen mal anguckt, Matt Judon, Lauren Skye, Henry Anderson, Devon Gottschow, mit dem sie grad auch relativ teuer verlängert haben, Dietrich Weiss. Das ist eine physische Front, in der Christian Barmore so, denke ich, ziemlich sicher der explosivste Spieler ist. Und vielleicht auch ein Breakout-Kandidat. Hat auch über 50 Quarterback. Letztes Jahr schon sehr ordentlich gespielt. Aber das ist eine Line, finde ich, die man auch so interpretieren und nutzen könnte, dass man eben mehr aus einer leichten Box heraus verteidigt. Vielleicht wirklich viel mit drei Safeties auf dem Fell steht. Also, es sind jetzt viele Veränderungen rein prognostiziert oder rein analysiert, die ich mir vorstellen könnte, wo es dahin geht. Aber ich finde, es gibt halt schon auch klare Hinweise darauf, dass Belichick da eventuell auch auf der defensiven Seite so ein bisschen mit dem Trend der Zeit geht. Ich habe jetzt aber immer noch nicht rausgehört, wie du dann diesen Trend im Endeffekt einschätzt. Im Fall der Patriots-Defense. Also nicht den Trend allgemein, sondern ob die Patriots-Defense mit dem Personal das auch gut umsetzen kann. Nicht auf dem Level, das sie letztes Jahr hatten. Das denke ich nicht. Aber sie werden halt nicht ins Bodenglose jetzt irgendwie fallen. Also, mich würde es nicht wundern ... Also, unwahrscheinlich. Das meine ich mit der Baseline, die ein Belichick-Team einfach hat. Also, mich würde es halt nicht wundern, wenn am Ende der Saison die Patriots jetzt eine qualitativ, wenn wir so auf Advanced Stats und so weiter gucken, eine qualitativ ähnlich gute Defense wie die Dolphins haben. Obwohl die Dolphins natürlich viel mehr individuelle Qualität in ihrer Defense haben. Gerade auf den Cornerback-Positionen. Matthew Judon ist ja einer meiner besseren My Guys gewesen. Das stimmt. Hat nochmal nachgesagt. 14 Sacks, 63 Quarterback-Pressures. Klar kam viel, glaube ich, aus dem Anfang der Saison. Aber egal. Nee, gar nicht wahr. Mitte der Saison. Ein Spiel mit 10 Quarterback-Pressures. Guter Mann, Matthew Judon. Mal sehen, ob er das halten kann. Mal sehen, ob die Patriots-Defense das halten kann. Und mal sehen, ob die Patriots insgesamt dieses Niveau halten kann. Also ich habe es ja gesagt, letztes Jahr war ich skeptisch. Dann war es eine positive Überraschung. Ich bin aber auch dieses Jahr wieder skeptisch. Und vor allem, was die Offense angeht. Ich habe meine Bedenken ja schon geäußert. Und ja, die haben eine Baseline. Die werden auch insgesamt nicht, wie du gesagt hast, als bodenlose abrutschen. Das kann ich mir nicht vorstellen in einem Belichick-Regime. Aber mir fehlt die individuelle Qualität nach wie vor in der Offense, die man letztes Jahr mit einem Josh McDaniels vielleicht noch gut ... Also Josh McDaniels ist halt dafür bekannt oder die Patriots allgemein sich immer an die Gegebenheiten und an das, was man hat, anzupassen. Aber jetzt haben sie halt so jemanden nicht mehr im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob sie das hinbekommen. Und gerade gegen überdurchschnittliche Defenses kann ich mir vorstellen, dass die Offense arge Probleme bekommt. Und ja, die Defense wird wieder gut sein, aber auf Cornerback. Und da können sie so viel umstellen, können sie so viele Safeties hinstellen, wie sie wollen. Sie brauchen immer noch ... Sie werden höchstwahrscheinlich immer mit zwei Cornerbacks mindestens spielen. Und da sehe ich einfach ein bisschen zu wenig Niveau in der Spitze. Also ich glaube, ich glaube, Platz zwei in dieser Division wird auf jeden Fall kein Patriots-Platz sein. Hm, ja. Oh, ich werde wieder so viele Nachrichten von Patriots-Fans bekommen. Ist auch okay. Aber lieber eine positive Überraschung als eine Enttäuschung. Also ich stimme dir insofern zu. Ich meine, ich bin ja bei den ... Ich habe jetzt gesagt, bei den Dolphins glaube ich, dass die ungefähr in dieser neuen Siege-Range bleiben, grob. Kann dann logischerweise auch einer mehr sein, können auch zehn sein. Ich glaube, dass die Dolphins sich an den Patriots vorbeischieben, aber dass die beiden trotzdem noch innerhalb, ich sag mal, in einer Range von zwei Spielen voneinander bleiben. Ähm, ich fand's jetzt wirklich auffällig. Und ich, noch mal, das sind jetzt viele Thesen auch mit drin, die entweder ich selbst aufgestellt hab oder die ich im Rahmen von der Analyse dann gelesen hab oder die Sinn ergeben einfach anhand von dem, was man jetzt im Trainingcamp teilweise von ihnen mitgekriegt hat. Je länger ich jetzt wirklich recherchiert hab für die Patriots, desto mehr hatte ich den Eindruck, das ist eigentlich ein Team im Umbruch. Nicht unbedingt jetzt ganz krass aus personeller Perspektive, obwohl da teilweise auch. Ähm, aber aus einer philosophischen Richtung. Also, dass sie offensiv halt weggehen vom Fullback, weggehen vom 21-Personal. Komplette Wildcard-Offensive-Coordinator. Vielleicht mehr Richtung McVeigh-Style. Vielleicht deutlich mehr Zone-Run-Game. Defensiv weg von Man-Coverage. Hin zu mehr, vielleicht ein bisschen mehr Speed, mehr Explosivität, aber vor allem auch mehr Fokus auf die Safeties. Vielleicht mehr leichte Boxes, mehr Too-High-Shells, solche Sachen. Das sind halt schon, wenn das so kommt, sind das gravierende Änderungen. Und diese Umbrüche können einfach auch Zeit brauchen. Und deswegen denk ich auch, dass die Patriots da einfach das ein oder andere Spiel mehr liegen lassen werden. und hab sie so, Majel, wie hab ich gesagt, neun Siege-Range, Patriots acht Siege-Range. Ja. Ich möchte da auf die Prediction-Folge verweisen, wo wir dann auch über Hot-Tags sprechen. Und damit kommen wir zum Gewinner dieser Division aus dem vergangenen Jahr, den Buffalo Bills. Eins der Top-Teams der NFL. Definitiv, letztes Jahr relativ unberauschend eigentlich durch die Regular Season mit elf und sechs. Aber dann in den Playoffs gewesen und in einem epochalen Match-Up in der Division-Around gegen die Chiefs gescheitert. Weil sich jetzt nicht so viel verändert hat zum Vorjahr, gelten sie auch dieses Jahr wieder als einer der Top-Favoriten auf den Super Bowl überhaupt. Und wir klären jetzt die Frage, ob das zu Recht der Fall ist. Der wichtigste Faktor dabei, natürlich der Quarterback Josh Allen. Als Passer so einen kleinen Rückschritt gemacht, vielleicht im Vergleich zu 2020. Dafür als Runner umso gefährlicher gewesen. Meiste Scrambling Yards der Liga. Drittmeiste Designed Runs oder Designed Run Yards der Liga. Generell meiste Rushing Yards aller Nicht-Running-Backs. Also, ich glaube, über Josh Allen muss man gar nicht so viel sprechen. Wir haben jetzt zwei Jahre in Folge gesehen, zu was dieser Mann in der Lage ist. Das wird einer der besten Quarterbacks der Liga sein. Die Umstände sind, glaube ich, interessanter. Aber hast du noch ein, zwei Gedanken zu Josh Allen? Nein, also, ich habe ihn in meiner Quarterback, in meinem Elite-Tier auch drin gehabt. Er ist Top-4-Quarterback. Wer ist vielleicht, bei manchen ist das Tier ein bisschen größer, da ist er vielleicht Top-5, Top-6. Das Einzige, was ich halt sagen würde, ist, dass ich von ihm dann noch im finalen Schritt, wenn man so will, von seiner Entwicklung noch sehen will, dass er eben dieses High-End-Level noch konstanter abruft. Weil wenn ihr zurückerinnert an die vergangene Saison, die ersten, ich weiß nicht mehr wie viel es war, sechs, sieben, acht Spiele, da gab es halt doch schon einige, wo die Bills offensiv nicht gut aussahen. Da hat die Defense sie dann irgendwie getragen, oder sie haben gegen sehr schlechte Gegner gespielt und konnten es dann irgendwie noch spät retten. Das ist so das eine, was ich noch anbringen würde. Aber es ist halt nicht in einem Rahmen jetzt irgendwie, er ist total up und down, die Zeiten sind vorbei. Wenn er sein Top-Level noch konstanter abruft, dann reden wir von einem der zwei, drei besten Quarterbacks der Liga. Lass uns deshalb eher über die Umstände sprechen. Und auch hier ist der Offensive Coordinator weg. Zum ersten Mal in Josh Allens NFL-Karriere gibt es da jemanden Neues. Brian Dable ist ja zu den Giants gegangen als Head Coach. Ken Dorsey steigt auf. Der war vorher Quarterback-Coach für Allen und Passing Game Coordinator. Deswegen, die beiden kennen sich. Das wird jetzt auch keine allzu große Umstellung. Aber ich glaube, Ken Dorsey hat in seiner Karriere noch nie Offensive Plays gecallt. Das könnte natürlich schon ein Thema werden im Laufe der Saison. Ja, also darf man nie jetzt irgendwie komplett ausschließen. So Anpassungen, wenn es mal nicht gut läuft. Plan B, Plan C. Hat natürlich viel Erfahrung in der Arbeit mit Quarterbacks. War ja auch in Carolina noch, als Cam Newton noch da war, vor jetzt auch schon fast zehn Jahren. Und jetzt eben in Buffalo seit 2019 auch schon. Also ist es schon die ganze Zeit mit Allen zusammen gewesen. Ich bin gespannt, was man so ein bisschen liest und so ein bisschen mitkriegt. Ähm, ich bin gespannt, ob das schematisch in die Richtung geht, dass sie das noch mehr öffnen. Also, dass sie noch mehr verschiedene Personnel Packages, noch mehr verschiedene Einflüsse in die Offense mit reinkommen lassen. Ähm, was ich finde, sie hat sich letztes Jahr auch schon so ein bisschen angedeutet. Also unter Dable noch. Das war, am Anfang war es ja wirklich Spread Offense, Ten Personnel und so. Und letztes Jahr sind sie schon so, haben ja auch mit zwei Bags ein bisschen rumexperimentiert. Auch weil die, finde ich, natürlich angefangen haben, sie anders zu spielen. Und sie haben ja nach wie vor ein echt flexibles Waffenarsenal. Deswegen würde ich eigentlich gerne, oder könnte ich mir das gut vorstellen, dass sie offensiv noch mal eine Spur schwerer ausrechenbar werden. Jetzt glaube ich auch. Also auch hier kann man ja darauf gucken, wen verpflichtet man und wen nicht. Man holt einen O.J. Howard, den Tight End von den Bags, nicht einfach so, wenn man den auf die Bank setzen will, hinter einem Dawson Knox, der ein wichtiger Passcatcher war letztes Jahr. Also vielleicht sehen wir auch ein paar mehr zwei Tight End Sets und ja, weniger viele Wide Receiver gleichzeitig auf dem Feld, weil da hat sich schon ein bisschen was getan. Also Stefan Diggs, wichtigste Waffe überhaupt, über 100 Receptions gehabt, inklusive Playoffs. Aber dahinter gibt es so ein paar Veränderungen. Cole Beasley ist weg, 106 Targets werden da frei. Emmanuel Sanders nicht mehr da, noch mal 68 Targets. Er hat mir jetzt ein Jameson Crowder als Slot-Ersatz geholt. Khalil Chakir spät im Draft geholt. Ich kann mir eher vorstellen, dass man da Inhouse-Leute bevorzugt. Gabriel Davis war die späte Entdeckung der letzten Saison. Ich glaube, da ist ein Breakout, sowas von incoming, diese Saison. Isaiah McKenzie soll im Training jetzt auch stark aussehen. Im Slot spielt er aktuell, wo Crowder, ich glaube Crowder ist noch verletzt. Der könnte Crowder ihn platzstreitig machen, weil Jameson Crowder ist jetzt auch nicht mehr so die Bank für einen Slot, wie er mal vor ein paar Jahren war. Also du hast die Flexibilität angesprochen. Da kannst du viel mitmachen, da kannst du viel rumprobieren. Aber zwei Tight End Sets, zwei Running Back Sets. Ich glaube schon auch, dass man da rumexperimentieren will. Ich finde es halt ganz spannend. Ich glaube, da kann man schon draufschauen auf die Passcatcher und sagen, war schon ein bisschen schlechter geworden ohne den Sanders, ohne Beasley. Ich würde halt dagegen halten und sagen, es ist unberechenbarer geworden, auch wie sie spielen, wie du schon angesprochen hast. Aber ich glaube, das Ceiling ist höher. Ich bin gespannt, was ein Gabriel Davis mit mehr Spielzeit macht. Ein Isaiah McKenzie, wenn er spielt. Ein O.J. Howard in einem neuen Umfeld. Von dem hat man ja so viel erwartet. Das ist einfach ... Also es wird trotzdem, jetzt mal unabhängig von Josh Allen, nur mal auf die Playmaker geschaut, immer noch eine sehr gute Offenseein. Ja, also gerade diese Slotrolle, finde ich, ist so ein bisschen symptomatisch für dieses Gesamtbild. Weil du hast im Prinzip drei Spieler, die diese Rolle halt sehr unterschiedlich ausfüllen können. Crowder wäre wahrscheinlich ... Der wäre der, den ich so als traditionellen Slotreceiver bezeichnen würde. McKenzie war ja letztes Jahr auch so ein Breakout so ein bisschen. Der bringt halt super viel Speed mit auf der Position. Und Khalees Shakir, Fünftrunden-Pick, der hat wohl ein ziemlich gutes Camp bisher. Ist auf jeden Fall der Spektakulärste aus dieser Gruppe. So ein Catch-Point-Artist so ein bisschen, der auch wirklich so, ja, krasse Body-Controller am Catch-Point hat. Also allein da können sie halt schon echt viel spielen und viele verschiedene Kombinationen an Spielertypen auch reinbringen. Thailand hast du schon angesprochen. Eine Sache, die ich noch ansprechen würde, weil das ist bei mir echt hängen geblieben in dieser Off-Season, ist, dass ich es auffällig fand, wie dringend sie einen echten Receiving-Back haben wollten. Die hatten ja J.D. McKissick eigentlich beinahe schon verpflichtet aus Washington, bevor der dann doch zurück nach Washington ist. Dann haben sie stattdessen Duke Johnson geholt und James Cook in der zweiten Runde getraftet. Also das ist halt ein klarer Hinweis darauf, dass der Running-Back im Passspiel eine größere Rolle einnehmen soll. Und ich vermute, das wird Cook sein, von dem man jetzt auch schon einiges hört, dass sie da vielleicht auch noch ... Also das sind halt alles so Puzzleteile. Und das geht auch in diese Richtung, was ich am Anfang gesagt hatte, vielleicht wirklich ein Scheme, das vielseitiger wird. Noch mehr, noch verschiedene Personnel-Grouping, noch verschiedene Match-Up-Ideen. Das geht alles in diese Richtung, finde ich. Und da bin ich extrem gespannt, was sie daraus machen. James Cook hätte ich auf jeden Fall auch noch angesprochen, weil ich fand's schon relativ überraschend, dass sie halt einen Second-Round-Pick in einen Running-Back investieren, der halt schon im College mehr so der Receiving-Back war. Ja. Du wirst keinen Second-Round-Pick investieren, wenn du ihn nur als Third-Down-Back haben willst, glaube ich. Genau. Ich glaube, sie werden damit viel machen. Und du hast die zwei Running-Back-Sets angesprochen. Und ich glaube, mit James Cook kannst du da extrem viel machen, wenn du Devin Singletary hast, der eine gute Saison als Runner gespielt hat. Zach Moss ist auch noch da. Also du hast zwei gute Runner, würde ich mal sagen, und James Cook dazu. Ich sehe die halt auch mal, zwei von denen gleichzeitig auf dem Feld stehen. Absolut. James Cook kann ja auch mal mit dem Ball laufen. Er hat auch eine Explosivität und eine Dynamik, hat halt nicht ganz Diffüses wie andere. Aber mit dem kannst du viel machen. Also das, was man von Naheem Heinz vielleicht bei den Coles schon seit Jahren erwartet und immer so im Ansatz sieht, kann man von James Cook erwarten. Oder James White in besten Zeiten. Der war ja auch als Runner nicht ungefährlich. Finde ich super spannend, wie sie vor allem James Cook einsetzen, wenn man so einen hohen Pick investiert. Ja. Und wie gesagt, das geht halt voll in diese Richtung, dass sie auch mit ihren personellen Zusammensetzungen da einfach noch mehr Vielseitigkeit drin haben wollen. Ja. Und das wäre dann auch so. Du kannst halt irgendwie eine Formation haben mit ... Also, okay, Dix und Davis, worum, die sind gesetzt. Das ist dein Outside-Duo, fertig. Also, da bin ich relativ klar, das ist die Outside-Receiver. Oder die Starting-Receiver. Aber dann kannst du halt eine Formation haben mit zwei Tidends. Oder mit einem Tidend. Oder ohne Tidend und dafür mit zwei Bags drin. Und einer davon ist halt de facto Receiver. Oder du kannst halt irgendwie zwei dieser Slot-Receiver, die total verschiedene Spielweisen haben, raufbringen. Das gibt ja schon echt viel Flexibilität. Natürlich, jetzt haben wir sehr positiv drüber geredet, natürlich brauchst du dann auch dementsprechend einen Offensive-Coordinator, der daraus was Sinnvolles macht. Und nicht einfach nur viele verschiedene Gewürze in den Topf schmeißt und halt hofft, dass es irgendwie dann schmeckt. Genau, das muss man abwarten. Wir müssen die Offensive Line noch ansprechen, bevor wir zur Defense kommen. Die wird nicht zu den Stärksten der Liga gehören. Aber ich finde, die Line hat was, was wir immer so ein bisschen fordern. Lieber auf jeder Position mindestens Durchschnitt als ein, zwei klare Schwachstellen. Es gibt eine Änderung zum Vorjahr. Der Williams weg auf Guard, dafür Roger Saffield geholt. Und wo siehst du diese Line? Ich tue mich da schwer, die einzuschätzen. Also, ich bleibe dabei. Sie wird nicht eine der Stärksten sein, aber auch nicht eine der Schwächsten. Also, irgendwo im Mittelfeld. Ja, das machen sie ja seit Jahren schon so, dass sie so solide Veterans verpflichten und dann irgendwie eine rundum stabile Line aufs Feld bringen. Saffield war einer davon, David Cressenberry haben sie auch noch geholt. Greg Van Roten haben sie auch noch geholt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere jetzt vielleicht Cressenberry oder Van Roten, dass der Name überhaupt kein Begriff ist, was auch durchaus nachvollziehbar wäre. Aber das ist symptomatisch für diese Strategie. Cressenberry war letztes Jahr auf Right Tackle für die Titans. Echt in Ordnung. Saffield, gut, den werden wahrscheinlich die meisten kennen. Sie kommen beide aus Tennessee. Und Van Roten ist halt so dein klassischer Backup-Swing-Guard, der so dein sechster, siebter O-Liner ist. Und wenn der reinkommt, dann ist es okay. Dann bist du nicht gleich verloren, wenn der irgendwie spielen muss. Und dann bekommst du halt so eine Line, die nichts Besonderes ist, aber die Funktionale ist, die halt darauf baut, dass Allen, das Passspiel, die Receiver, dass die viel Druck von der Line nehmen. Das kann funktionieren, das hat oft funktioniert in den vergangenen Jahren. Aber es ist auch, wenn ich nicht nur auf diese Offense, sondern auf das Team insgesamt gucke, finde ich, ist das so das eine Risiko, das ich bei einem ansonsten wirklich sehr, sehr kompletten Kader sehe. Also das wäre so der eine Teil von diesem Team, wo ich sage, wenn es blöd läuft, dann ist das eine Schwachstelle, die dich am Ende irgendwie, keine Ahnung, im Conference-Championship-Game das Spiel kostet, wo ich halt ansonsten eigentlich wirklich ein sehr, sehr komplettes Team sehe. Ja, das Wide Receiver-Core, egal wie überzeugt ich von Gabriel Davis bin, da gibt's schon einige, die insgesamt besser aufgestellt sind. Also wenn deine Nummer drei, also da McKenzie ist, wo es halt gerade einen kleinen Pre-Season-Hype gibt, das hätte ich gern so bei meiner Nummer vier, Nummer fünf, diesen Pre-Season-Hype. Absolut, da gibt's bessere, aber es ist halt auch trotzdem immer noch gut. Also wenn du jetzt guckst, nimm die Wide Receiver-Gruppe und setz sie gegen, keine Ahnung, wer ist denn der AFC? Die, also findest du die Wide Receiver-Gruppe schlechter als die, ich überlege, der Chargers zum Beispiel? Schlechter als die der Chargers, Keenan Allen, Mike Williams und die wie immer unbekannte Nummer drei, ich glaub Palma wird's. Das Duo aus Keenan Allen und Mike Williams ist besser in Summe, leicht besser als David. Find ich nicht, find ich eben, genau, find ich nämlich nicht. Ich würd lieber Dix und Davis nehmen für die Kompenssaison als Allen und Williams, ja. Also Dix ist der Beste aus diesem Quartett. Ja. Und Davis hat dann die Upside. Und ich würde, und die Upside, und er hat sie ja schon, also es ist ja nicht nur eine theoretische Upside, er hat's schon gezeigt. Schwierig. Ich würd die Bills, das Bills Duo nehmen und dann dahinter finde ich es auch noch besser. Ja, aber dahinter ist offen, ja klar, weil die Chargers haben auch keinen Nummer drei Receiver. Kein, wo ich sage, jo. Genau. Das ist der Mann. Ja, sehr nah beieinander. Ich glaube minimal würde ich zu Mike Davis und Keenan Allen, äh, Mike Williams, Mike Davis, ja, das wäre die perfekte Mission. Mike Williams und Keenan Allen tendieren, aber mini, mini mal. Ja, und da finde ich die Diskussion halt schon irgendwie spannend, weil du hast, dann hast du wie viele Receiver, oder Receiving Cores in der AFC, die man klar drüber setzen würde? Denver, ja. Denver, die Raiders, also zumindest, wenn du noch mehr als White Receiver dazuzählst. Chiefs wahrscheinlich nicht, also Kelsey ist natürlich super, aber die Receiver haben halt alle ihre Fragezeichen irgendwo. Was mit Cleveland? Ah, nee, schwierig. Da reicht's, nee, da reicht's Cooper nicht. Bengals natürlich. Bengals natürlich, genau. Aber viele sind's halt nicht. Und deswegen ist es halt, es ist für mich halt keine kritische, potenziell kritische Problemzone aus Bildssicht. Während die O-Line, die könnte das halt sein. Könnte es die Defense sein, ist die Frage. Letztes Jahr war sie's nicht. Nach EPA die beste Defense der Liga. Und auf dem Papier ist die jetzt nicht unbedingt schlechter geworden, obwohl es ein paar Veränderungen gibt. Man kann sogar Argumente dafür finden, dass diese Defense vielleicht sogar noch besser wird. Gehen wir mal durch. Also, man hat zwar den besten Passrusher verloren der letzten Saison, oder den produktivsten Passrusher mit Jerry Hughes, das ist doof, klar, und den drittbesten auch mit Murray Addison. Aber du ersetzt ihn halt mit einem Von Miller und da ist es mir egal, wie alt der Mann ist, der spielt seit Jahren einfach auf einem hohen Niveau. Der hatte letztes Jahr trotz Teamwechsel mitten in der Saison 60 Quarterback Pressures in der Regular Season und damit 15 mehr als Jerry Hughes. Und da hat er nicht die ganze Saison bei den Rams gespielt. Und die einzige Sache, jetzt, wenn wir mal bei der Front bleiben, die einzige Sache, die ich mich ein bisschen frage, also du hast ja schon die Flexibilität und vielleicht mehr Varianten oder mehr Variationen in der Offense angesprochen, könnten wir die auch in der Defense sehen, weil Von Miller ist für mich in meinem Kopf immer noch dieser Outside-Linebacker, der mit viel Speed um die Edge geflogen kommt, mit Dynamik gewinnt und den sieht man halt eher in so drei, vier Fronts. Jetzt die Bills habe ich jetzt nicht so als drei, vier Front im Kopf, also da denke ich eher und wenn ich auch so die Spieler angucke, die da die letzten Jahre gespielt haben, das sind eher klassische, Defensive Ends, da passt jetzt Von Miller nicht so richtig rein, wie glaubst du, verändert sich das Ganze? Du hast natürlich, wir können gleich auch noch über diese jüngeren Spieler sprechen, die da sind, mit Greg Rousseau und AJ Epinesa, wo ich übrigens beide mal skeptisch war vor dem Draft, aber das sind ja eher so die Defensive Ends, die da eher reinpassen. Wie passt Von Miller jetzt in das ganze Konstrukt? Ich glaube, Von Miller ist tatsächlich der Ausnahmespieler, den sie haben wollten, der wahrscheinlich auch nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie den sehr dosiert teilweise auch einsetzen, also dass der jetzt vielleicht nicht in jedem Spiel, keine Ahnung, 80 Prozent der Snaps spielt oder sowas und dass er aber halt derjenige ist, vor allem eben in Passing Downs und da ist ja diese 3-4-4-3-Afteilung ein bisschen irrelevant, weil du sowieso im Sub-Package unterwegs bist, dass er da halt, da verdient er sein Geld, wenn man so will und letztes Jahr und die letzten Jahre eigentlich ja auch, war ja die Qualität eigentlich immer, dass es eine tiefe Gruppe ist, dass du 4, 5 Leute hast, die ganz gut spielen, die ganz gute Zahlen haben, letztes Jahr Hughes hast du schon angesprochen, Edison hast du angesprochen, Rousseau, Ed Oliver, so, ne, alles in Ordnung und der Plan jetzt ist, glaube ich, wirklich, wir wollen einen Headliner, wenn du so willst und Von Miller ist das halt und das ist eben der Spieler, der in der Theorie dieser Unterschiedsspieler sein soll, der, der so eine rundum solide Front, der diesen einen Passracher gibt, der halt ein Spiel an sich reißen kann, der vielleicht mal drei Sacks in den Playoffs hat, sowas in der Richtung. Die Interior Line, Ed Oliver ist natürlich noch da und Dave von Jones haben sie noch geholt, Rousseau wird, denke ich, starten auf dem einen Edge-Spot und dann hast du Basham und Epinesa, so die physischen Spieler dahinter, die du halt auch bei First Down mal reinwerfen kannst, so das klassische Rundown, dann nehmen wir es halt von Miller mal hier und da raus für so ein First Down, äh, First and Ten-Geschichte. Das ist, glaube ich, nicht das, wo er, wo seine Rolle relevant ist, sondern für die Bills geht es eben darum, einen Spieler zu haben, der als Passrusher in Passing-Situationen einzelne Spiele an sich reißen kann und das ist eben letztlich, wie du gesagt hast, letztlich ist das immer noch von Miller und das war ja auch letztes Jahr in den Playoffs für die Rams. Generell hat man viel investiert in diese Line, also du hast ja schon jetzt die Namen angesprochen, aber Ed Oliver, Rousseau, Epinesa, Boogie Basham, das sind vier Spieler, die ein First- oder Second-Round-Pick waren in den letzten drei Jahren. Mhm. Das ist schon ... Ja, und du hast gesagt, du warst skeptisch bei, ich war ja bei den meisten auch skeptisch, ich glaube bei ... Nee, Epinesa, da waren wir auseinander. Bei Rousseau waren wir, glaube ich, ähnlich, aber Epinesa fandst du besser als ich. Aber ich hatte ihn auf jeden Fall auch tiefer, als er gedraftet wurde. Das kann gut sein, ja. Und das sind halt so irgendwie ... Man hatte so, finde ich, den Eindruck, sie haben halt sehr spezifische Profile da gehabt für diese Spieler. Also eben diese, also Basham und Epinesa, wirklich sehr, sehr physische Power-Spieler im Prinzip. Und vielleicht erweitern sie das jetzt auch gerade so ein bisschen. Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Wir gehen mal die Defense weiter durch. Linebacker-Duo, Matt Milano, Truman Edmonds bleiben. Im dritten Runden-Pick haben sie noch in Terrell Bernard investiert. Glaubst du, da wird sich irgendwas ändern? Also Bernard wird wahrscheinlich schon seine Snaps sehen. Ja, aber im Kern, also das Linebacker-Duo letztlich sind halt Milano und Edmonds. Die sind ja auch bewährt. Milano ist so der der Ruhepol, der ja auch echt gut in Coverage ist, den sie ja auch bezahlt haben. Und Edmonds ist halt der, der die Physis und die Athletik mitbringt. Also da hast du halt jetzt noch eine Option dahinter, sozusagen, aber von der Grundidee her wird sich da glaube ich nicht viel ändern. Und wiederum dahinter treffen wir auf eine sehr spannende Secondary und auf eine sehr gute Secondary. Also das Safety-Duo, ich weiß nicht, wie oft Adrian schon gesagt hat, das wahrscheinlich beste Safety-Duo der Liga, Michael Hyatt und Jordan Poyer. Cornerbacks sind hier interessanter. Jodellis White hat ja ab Woche 12 gefehlt oder ab Woche 13 irgendwo da in dem Rahmen. Wäre halt schon spannend gewesen zu sehen, was mit ihm drin gewesen ist, ist natürlich nicht der Elite-Corner, den man irgendwie mal erwartet hat vor ein paar Jahren. Aber trotzdem, ohne ihn war diese Secondary nicht so gut, wie sie mit ihm ist. Levi Wallace ist weg. Man hat aber einen First-Round-Pick investiert, den Kair Elim. Der soll ihn ersetzen. Spannender Spieler, großer physischer Corner. Dazu Taron Johnson im Slot. Also, wenn jetzt Kair Elim kein Komplettausfall ist, dann wird diese Secondary wieder gut sein und wenn Elim sein Potenzial schon im ersten Jahr irgendwie ansatzweise erfüllt, dann kann das eine absolute Elite-Secondary sein, oder nicht? Ja. Ja, total. Also vielleicht ein kleiner Einstieg noch, einfach aus Aktualitätsgründen. Poyer hat sich ja Anfang der Woche im Training verletzt. Stimmt, am Ellbogen, ne? Genau, der wird ein paar Wochen ausfallen. Das klingt so, als wäre es jetzt nicht irgendwie zwei Monate oder sowas, aber das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Grundsätzlich kann ich nur alles unterstreichen, was du gerade gesagt hast und bei Elim bin ich halt insofern auch optimistisch, als dass es ja keine Defense auch ist. Also du hast schon bei White die Rolle so ein bisschen angesprochen. Wer weiß, wie der in einer anderen Rolle funktionieren würde, wenn der irgendwie in der Patriots-Defense die letzten Jahre gespielt hätte. diese Defense in Buffalo ist ja nicht so, dass die von ihren Cornerbacks jetzt irgendwie permanent erwartet, dass die eins gegen eins komplett alleine covern. Das heißt, das wird für Elim auch ein bisschen eine angenehmere Transition sein, glaube ich, als es in vielen anderen Defenses der Fall gewesen wäre. Zumal du eben White auf der anderen Seite hast und du kannst mit deinen Safeties Elim vielleicht ein bisschen mehr unterstützen. Also, das ist schon, also es ist auch die letzten Jahre auch immer eine richtig gute Defense gewesen, wenn es darum ging, Big Plays zu verhindern. Das haben sie eigentlich über die Saison gesehen meistens sehr, sehr gut gemacht. Das hängt mit den Safeties zusammen, das hängt auch mit der Art und Weise zusammen, wie sie spielen. Also, ja, auch viele Deep Shell Coverages, viele diese Safeties auch tief und dann eher nach vorne arbeiten lassen und eben auch viel, also viel Zone Coverage, die sind ja eigentlich komplett im Trend der Zeit. So, dieser Defense Trend der Zeit, der ist ja in Buffalo eigentlich auch, ähm, ich würde nicht mal sagen angekommen, sondern da bewegen sie sich schon eine ganze Weile drin und das, also ich sehe keinen Grund, solange Jordan Poyer auch wieder fit wird und solange Kaya Ilum eben kein Bust ist, sehe ich keinen Grund, warum, ähm, die da irgendwie jetzt schlechter werden sollten. Die Tiefe könnte ein Thema werden, generell auch auf Cornerback, also wenn sich da einer verletzt oder ein, zwei Leute verletzen, wird's relativ schnell dünn, glaube ich. Das ist eine Sache, die man im Auge behalten muss, wenn's dann soweit ist, aber ich glaube, hinter die Bills könnte man einen Haken machen, dass die Bills gut sein werden, ist kein Geheimnis, da gehen wir beide von aus, der Division-Sieg geht nur über die Bills. Also alles andere wäre, wäre ein Schocker, finde ich. Also das ist wirklich eine Division, wo ich sage, das wäre ein richtiger Schocker, wenn das jemand anderes als Buffalo gewinnt, dann, und jetzt ohne irgendwie eine Verletzung oder sowas. Verletzung, klar. Aber ich finde auch bei die Bills, die Bills haben so ein paar Positionen, und das haben wir jetzt schon angesprochen, Cornerback, auch bei Wide Receiver, wenn da einer ausfällt, könnte das schon mehr ausmachen als bei anderen Teams, weil einfach die Tiefe nicht ganz so da ist, finde ich. Dann Offensive Coordinator ist ein Thema, was man im Hinterkopf haben soll, das kann man nicht, man kann nicht davon ausgehen, dass es einfach genauso weitergeht, gerade wenn wir dann Ingame sind und ich habe es angesprochen, wenn Plan A mal nicht funktioniert, wie flexibel ist der Offensive Coordinator im Playcalling. Ich finde, es gibt Teams in der Liga, die auf dem Papier stärker sind, aber trotzdem gehören die Bills ganz oben ins oberste Tier. Sie gehören auf jeden Fall ins oberste Tier. Ich finde es, also, man kann für vielleicht ein oder zwei Teams, finde ich, argumentieren, dass die stärker sind, aber mehr würde ich, glaube ich, nicht machen, weil dafür ist, also ja, okay, Tiefe ist ein fairer Punkt, aber die erste Garde, die halt auf dem Feld steht für Buffalo, ist so stark in meinen Augen, dass ich, also ich finde, man kann, ich finde, man kann, ich finde es immer so vage, wenn man irgendwie sagt, man könnte für ein, zwei Teams, ich finde, man kann bei Tampa Bay argumentieren, dass die auf dem Papier noch einen stärkeren Kader haben. Rams? Rams finde ich, ist schon, also Rams finde ich schon, wenn da Aaron Donald ausfällt, tschüss Stephens, so, oder Jalen Ramsey, ich finde, die sind ehrlicherweise noch dünner aufgestellt als Buffalo. Ja. Also das ist halt, sie haben halt noch mehr Star-Power in der Defense. Ja, aber die Rams sind halt das ultimative Star- und Scrubs-Team in der NFL. Das hat zu einem Titel geführt letztes Jahr, das hat man nicht auf den Tisch fallen lassen, aber die sehe ich vom Kader her, vom Gesamtkader her, sehe ich die nicht stärker als Buffalo. Und Kansas City hat so seine Fragezeichen, die auch sehr viele junge Spieler jetzt, die wahrscheinlich früh spielen werden. Die Chargers, vielleicht kann man doch die Chargers glaube ich, ja, die Chargers, doch, die Chargers glaube ich, habe ich auf dem Papier über den Bills. Also auf dem Papier. Ich hatte die Chargers letztes Jahr auch schon relativ hoch auf dem Papier, aber das hat sich dann nicht so wirklich gezeigt, zumindest nur zeitweise. Aber auf dem Papier sind glaube ich die Chargers nochmal höher. Ich glaube, ich würde, also für mich wären es, für mich wären es glaube ich, ich glaube ich würde bei den Rams insgesamt, ah, da müsste ich jetzt alle Kader nochmal genau gegenüberstellen, aber Bucks hatte ich auf jeden Fall auch im Kopf, Chargers hatte ich auch im Kopf, Rams kann man überstreiten. Aber ich bleibe bei meiner Aussage, man kann, ich finde, es gibt Teams, die auf dem Papier noch etwas stärker sind. Aber nicht viele, da sind wir uns einig. Und ich, also ich weiß nicht, du hast glaube ich noch keine Zahl gesagt, ich habe halt Buffalo auch zwölf plus Siege, also ich sehe die schon unter dem Strich dann auch drei, vier Siege über ähm, dem Rest der Division. Ich glaube, wir können einen Haken machen an die AFC East. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, wie jede Woche. Hast du noch was zu sagen zu den vier Teams oder zu irgendwas anderem? Können wir irgendein Thema aufmachen? Ne, ich glaube, Stimmt nächstes Mal bitte deutlicher ab, wenn wir euch fragen, welche Division wir machen sollen. Das waren 50,1 zu 49,9 Prozent bei dieser Woche. Viele bleiben ja nicht mehr. Wie viele haben wir? Das ist richtig, ja, ich glaube, wir haben noch drei. Ich glaube drei. Wir haben noch die NFC North auf jeden Fall. AFC West, NFC North, NFC South. Genau. Und das war's. Das war's, ja. Sehr gut. Wir nähern uns der Saison, wir nähern uns dem Saisonstart und wir nähern uns dem Ende dieser Folge mit diesem Outro, was jeden Moment anfangen soll. Wenn's anfangen möchte. Da sind wir. Dauert manchmal ein bisschen. Nach zwei Stunden, da ist so ein PC auch am Arbeiten. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten Division Preview. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, Untertitelung des ZDF, 2020